Funktioniert das alles? Azrael, hallo, Mahlzeit. Wenn jemand Mahlzeit sagt, muss ich immer ans Essen denken. Was habt ihr gegessen heute? Ich habe ein Beef Sandwich gegessen. Hallo Lehargon, hallo Candy Mountain, hallo Mr. Ferrero, hallo Anne, hallo Robin, hi, hallo Maurice, hallo der rote Jay, wie ist das Befinden, wie viel haben wir im Pokédex eigentlich, nix. Muss ich immer was, wie lang belädt das, 23, 11, hallo Phil Iago, Lasagne gab's heute Mittag, boah, wann hab ich das letzte Mal Lasagne, ein Jahrzehnt ist vergangen seitdem wahrscheinlich. Hallo Happens, Schopfnudeln, geil. Hallo Cookie, hallo Epic Gunner, hallo Megumina, mein lieber Happens. Hallo Axon, hallo Axon, zwei Toasts, Beef Sandwich klingt ja nice. Ja, ich gehe nach dem Sport immer an so einem Laden vorbei, die Sandwiches machen und es ist sehr geil, das Beef Sandwich. Aber komischerweise macht es nicht sehr lange satt. Man kriegt schnell wieder Hunger danach, obwohl es echt fett ist. Hallo Olopoto, hallo Faulgott, hallo Hannes, hallo Diklos. Alles Gute für dein Projekt, dankeschön. Hallo Demon King. Robin hat noch nix gegessen. Um die Uhrzeit. Es wird Zeit. Olopoto, du bist ein Porygon Z. Mögt ihr Porygon Z? 2 ist besser. Aber Z ist auch lustig. Meine Arme, sie fühlen sich an wie Spaghetti. Ich habe heute richtig... Ich war hart. Hey J Gamer. Ich war hart. Merkt euch das. Ich war und werde immer hart sein. J Gamer, du bist ein Cesurio. Damn, irgendwann kommt Felino, Morlord und Marshadow. Ach, willst du? Ja. Hast du wenigstens 3 von 1025 Chancen? Hallo Marco. Hallo Adam. Ich war so hart, dass ich mit Raikou aufgewacht bin. Ich habe es gesehen. Raikou ist in Pokémon Sleep. Moment, ist aber Raikou jetzt für immer in Pokémon Sleep? Oder ist es jetzt nur irgendwie wieder nur 2 Wochen oder sowas? Daminus. Daminus. Enteron. 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 Hallo Beast. Mesa Ferrero. Gnadadox. Das Lieblings Pokémon der Franken. Gnadadox. In 2 Wochen gibt es Raikou, dann kommt Ente und dann kommt Zvikun wahrscheinlich. eine Robots. Ich spiele gerade Pokémon Kamesin. Den DLC hole ich erst, wenn mein Gehalt da ist. Bin sozusagen pleite. Zum Glück will Pokémon kein monatliches Geld von uns oder sowas. Außer Sleep oder Pokémon GO. Aber das DLC kannst du immer spielen. Das zweite DLC könnte ein bisschen blöd dann für dich sein, weil nicht mehr so viele Leute BP farmen. Also wenn du alles machen willst im zweiten DLC, ist es sehr grindig für dich. Beziehungsweise du musst für bestimmte Legis online spielen. Das ist ein bisschen gemein jetzt so, wenn man das nicht sofort gemacht hat. Aber es geht alles. Das war gerade mit Raikou. Zur Zeit ist in Pokémon Sleep Raikou Event und man kann es für zwei Wochen lang zufällig finden. Hallo Husky. Hallo Igor. Hallo Little Sheep. Hallo Just Oli. Hallo Feral. Ehrwürdiger Sir Leo. Leopoldus der Große. Es gab so viele Päpste in unserer Welt, in unserer Zeit der Menschheit, die Leopold hießen. Und Pokémon Home stimmt. Pokémon Home will auch. Monatlich. Benoflebes am dritten Tag in Gen 4 geholt. Must be nice. Ist übrigens Quatsch mit den 24 Stunden Sperre für Events aus Donnerstag 23,58 gestellt und zack. Da war auch Drift lang. Kann sein, dass die 24 Stunden Sperre, wie du es beschreibst, nur gilt quasi nicht 24 Stunden, sondern alle 24 Stunden. Okay. Du wirst definitiv bestraft, wenn du die Zeit verstellst, aber wahrscheinlich resettet die Clock halt immer um 0 Uhr. Das heißt, wenn du zwei Minuten davor stellst, ist zwei Minuten später die Uhr wieder resettet und die Sperre ist aufgehoben. Also es ist nicht alle 24 Stunden, sondern alle 24 Stunden. Okay. Hätte man anders formulieren können. Biest. Du bist ein Kami Hubs. Oder? Ja. Kami Hami Hubs. Deswegen war Vino Fliebes auch easy. Ja. Hallo Dave. Hallo Verox. Hallo Reggie Gigas. Was arbeitest du denn? Ich? Du bist. Du bist. Ich sag's immer das Gleiche. Ich sag's immer gleich. Du schaust mir gerade bei meinem Job zu. Ich sitze hier, rede mit euch und spiele Pokémon. Das ist mein Job. Verox. Krass. Krass. Mew. Mew. Du bist da Mew. Wie hört? Bist du gestern noch gekommen? Ich habe nochmal die zweite Arena probiert, nachdem ich ein bisschen trainiert habe und bin wieder gestorben. Also ich bin vor der zweiten Arena. Ich muss. Ich schaff's jetzt bestimmt. Ich muss einfach nur einmal nochmal besser kämpfen. Oder ich geh nochmal trainieren. Aber das Spiel ist um einige schwerer als jedes andere. Aber dafür ist es ja bekannt. Eva. Du bist ein geiles. Geiles. Äh. Gladimperio. Hast du bei deiner Arbeit auch mal mit problematischen Kunden zu tun? Im Moment. Ja, ja. Immer mal wieder kommen problematische Kunden rein. Und nerven. Aber das Schöne ist, ich bin mein eigener Boss. Das heißt, ich kann diesen nervigen Kunden auch sagen, dass sie nerven und dass sie sich verpissen sollen. Sieht aus wie die deutsche Botschaft in Dublin. Was sieht so aus? Gladimperio. Die deutsche Botschaft in Dublin ist ein graues Gebäude, in dem man sein Handy nicht mitnehmen darf. Und dann sitzt man da wie im KVR und wartet, bis man an den Schalter darf. Fertig. Darf ich bitte am 1. April einen Wuffels mit deiner OT bekommen? Das ist dann so wie Pate oder Lili in der ersten Gen für mich. Einfach ein ultra besonderes Wolverock. Dann für mich. Durch dich habe ich Pokémon wieder neu entdeckt. Megumina. Klar. Sag das einfach dann, wenn du dran bist. Und dann brüte ich halt das Ei einfach aus. Und dann hat die den OT Leo. Aber ich kann dir nur eins geben. Jeder kriegt nur eins. Das heißt, entweder du kriegst ein Ei oder meine OT. Beschwer dich da nicht. Ich meine, du könntest es dann brüten. Du kannst es sowieso brüten. Okay. Kannst dich nicht beschweren. Du kannst es dann sowieso brüten und eins mit deiner OT kriegen. Hannes, du bist ein Glumanda. Der Rote J, du bist ein WhatsApp. Und Anileon. Du bist ein Budplug. Silembrin. Gen 5 ist meiner Meinung nach eines der schlechtesten Pokémon Games. Ich finde es einer der besten. Aber die Auswahl ist jetzt nicht so riesig an guten Pokémon Spielen. Gen 3, Gen 4, Gen 2, Gen 5. Was ist denn dann für dich das Beste? Äh, warum hat dieses Petsneef ein... Hat Petsneef da unten immer schon diesen schwarzen Punkt? Husky, du bist ein Petsneef. Hallo Mauri. Dann hole ich mir vielleicht auch ein Lego Wuffels. Du magst dieses überanimierte halt absolut null. Ich finde es ganz cool. Ich habe kein... Also das einzige Problem ist, dass halt die Grafik von einem 3DS und die Auflösung von einem 3DS so schlecht ist. Deswegen Gen 5, Gen 6 und Gen 7 so unglaublich pixellig aussehen. Vor allem für euch, wenn ich das jetzt hier so groß mache auf Full HD. Auf dem Game Boy geht es ja noch, aber es ist trotzdem einfach ein Pixelfest. Und die 3D-Animationen machen es nicht besser, weil du dann irgendwelche Kamerafahrten hast und Anti-Aliasing nicht wirklich da ist. Aber ich finde an sich, wenn man das außen vor lässt, finde ich es cool, dass die Pokémon da stehen und dann immer so Bewegungen machen. Ich meine, es war ja ab dann normal. Welches Game ist besser? Y oder Alpha Saphir? Alpha Saphir. Definitiv Alpha Saphir. Von den Shiny-Hand-Methoden und Pokémon her. Ach so. Ich glaube XY hat Chainfishing, was super OP ist. Alpha Saphir hat SOS. Ne, wie heißt es? Nicht SOS. Halt so Radar, irgendeine Radarmethode, die auch krass sein soll. Also beide haben krasse Shiny-Hunting-Methoden. Game Boy, was ist mit Game Boy? Mir ist kalt. Welche Ausbildung hat sie gemacht? Fragen darf. Was? War ich, was für eine Ausbildung ich gemacht habe? Ich bin Bachelor of Arts. Ich habe Mediendesign studiert. Genau, ich hole mir Victini per DNS Glitcher. Jessie Chuan, hallo. Ich finde aber auch nicht, dass es wirklich schlechte Gens gibt. Ich kann mit jeder Gen was anfangen. Ja. Also was Sammeln anbelangt, ist jede Gen cool. Man hat Pokémon, man spielt's. Was Story anbelangt und Gimmicks, ist es halt dann, ne? Manche Leute mögen halt Gen 5 Pokémon nicht. Manche Leute mögen die Gen 5 Story nicht. Aber was Sammeln anbelangt, kannst du mit jeder Gen was anfangen. Und somit kann ich mit jeder Gen was anfangen. Wir haben Pharrell. Pharrell. Ich sag Pharrell. Pharrell. 5 Subs von Pharrell. Dankeschön, Dankeschön. Hier ist dein Zettel, den du natürlich Ende des Jahres kriegst. So lange ist es auch nicht mehr. Es ist April. Oh mein Gott. Ich fang mal an zu spielen hier. Ich hasse Gen 7. Pokémon Schwert und Schild ist aber richtiger Müll. Was Story anbelangt und sowas vielleicht. Aber Schwert und Schild ist mein am meisten gespieltes Spiel. Und ich liebe es dort zu brüten und zu hunten. Weil Schwert und Schild so schön flüssig läuft und so weiter. Bittini, kannst du deinen Pokéball fangen? Ja, weil der DNS Glitch gibt mir Zugriff auf die Wiese. Und auf der Wiese steht es dann einfach und ich kann es fangen. Pharrell, nochmal Dankeschön, dass du nochmal einen Sub verschenkt hast. Dankeschön. An Sarah. Äh, hier geht's lang. Und Dito, hallo. Dankeschön, Dito. Für 49 Monate. So, wir können das da unten ausblenden. Ich hab mal dieses CS-Gear oder wie das heißt ausgemacht. Ich dachte es verschwindet dann komplett. Aber nein, jetzt habe ich da so einen schwarzen Bildschirm. Das ist auch nicht viel interessanter. Ich habe in Omega Rubrin mein erstes Shiny Fifi in versehentlich besiegt. Es hatte gefühlt 0 IV auf Death, weil es 1 Hit war. Ohne Crit. Habe es aber reclaimed. Nice. Ich bin dank dir aktuell dabei ein Living Decks aufzubauen. Nice. Als ich mein Living Decks fertig war, fertig hatte, war ich sehr zufrieden. Einen Tag später habe ich mich sehr leer gefühlt. Und dann habe ich eine Möglichkeit gesucht den Living Decks besser zu machen. Und da sitzen wir jetzt dran. Du meinst du holst den Gartenpass? Genau. Man kann sich auch Victini selber holen im DNS Glitch. Aber, also per Wundergeschehen, per Geheimgeschehen, aber man kann natürlich auch den Gartenpass holen und dann Victini an sich treffen. Wir holen uns einfach alles. Welche Pokémon Spiele magst du und welche Pokémon Spiele magst du nicht? Geht schon wieder los mit den tollen Fragen. Was soll ich denn machen, wenn Terribark mein einziges Kampf Pokémon einfach One-Hitted? Was soll ich denn machen? Man kennt es, die Living Decks Depression. Ja, ich will nicht wissen, wie groß die Depression ist, wenn ich das hier fertig habe. Nicht One-Hitten lassen. Ja, und hier, ich krieg nicht mal... Der hat doch, der hat doch, das war doch hier Robustheit. Was ist denn das? Ich werde keine Tränke einsetzen. Wenigstens hat er sich selbst umgebracht. Besser spielen, besser X drücken, besser A drücken. Soll ich wechseln? Warte mal. Kann ich mit irgendwas... Nee, dieses Guck mal, da bringt mich so krass um. Majora, dankeschön, für 14 Monate. Dankeschön. Da ist Majora. Lieblings Pokémon Spiel, Legends Arceus und Gen 3, Smaragd. Schlechtes Pokémon Spiel, Gen 7, Sonnenmond. Hast du dich nach dem Fertigstellen des Living Decks mehr leer gefühlt oder nachdem Tony Stark gestorben ist? Hallo? Vielleicht weiß ich das gar nicht? Tony Stark ist mir ziemlich egal. Tut mir leid. Tony Stark geht mir ziemlich am Poppes vorbei. Eifo Serp ist tot. Guck mal da, will sich jetzt heilen. Mann, 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 Mann. Okay, ich mach direkt so. Wie hier so? Ne, wie geht's? Ne, wie geht's? Wie? So. Was ist denn hier gerade los eigentlich? Was macht ihr? Haben wir jetzt schon... Wir haben schon das Daily Sub-Goal erreicht. Das heißt, am Ende des Streams gibt's wieder ein Shiny, was ich verschenke. Ende des Streams wird Shiny verschenkt. Ihr könnt mitmachen, jeder kann eins gewinnen. Also nicht jeder kann eins gewinnen. Eins kann jeder gewinnen. Ne, andersrum. Jeder kann... Jeder hat die Chance, das eine zu bekommen. Wer war das? Blush ist sehr effektiv. Nein, Maury darf nicht gewinnen. Wir hatten schon mal Trunks, die zwei miteinander gewonnen hat. Das machen wir nicht nochmal. Okay. Ich muss trainieren gehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Cruiser, für dein T3. Warte, die Zettel zeige ich gleich. Cruiser, vielen Dank für dein Tier 3. Komme ich eigentlich da hin? Naja. Äh, Majora hat 10 Subs verschenkt. Majora, vielen, vielen Dank. Just Snogs hat 5 Subs verschenkt. Vielen, vielen Dank. Und Eva, 400 Bits, um mich zu blenden. Vielen Dank, Leute. Dankeschön. Hier ist Just Snogs mit 5 Subs. Neun Zettel gesichert. Neun Zettel gesichert. Neun Zettel gesichert. Ab auf den Stapel damit. Majora mit 10 Subs. Ab auf den Stapel damit. Und wir haben Cruiser mit seinem Tier 3. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ist Kampf gegen Kampf eigentlich normal, oder? Und wir haben Philipp mit einem, äh, wie heißt er nochmal? Ähm, 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 äh, ähm, 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 ähm. Ich feiere deine Videos und du hast mich inspiriert, doch noch den Living Decks zu machen. Auch deine Shiny Videos sind einfach top. Dankeschön, Zola, dankeschön. Ja, am Donnerstag auf, auf Patreon ist schon das neueste Video. Am Donnerstag kommt das Video raus, wie ich 150 Shinies in dem Wunderttausch geschickt habe. Da könnt ihr sehen, was passiert, wenn man 150 Shinies in den Wundertausch steckt. Ähm, Spoiler. Man verliert 150 Shinies. Ähm, war hier nicht eine Höhle irgendwo? Da sind wenigstens Pokémon drin, die ich fangen kann. Ich mag kein Live-Content eigentlich. Ich habe nicht so viel Zeit. Mag aufbereitete Videos, viel mehr. Das ist doch vollkommen okay. Die Challenge mit dem Living-Deck ist extrem cool. Ich nenne es zwar auch Challenge, aber es ist nicht wirklich eine Challenge, weil es ist ja jetzt nicht... Manchmal ist es schwer vielleicht. Aber es ist eher ein Vorhaben. Ein Pyro, du bist ein Schlickdry. In Gen 2 war es ein Challenge. Ja, Gen 2 war wirklich... Ich habe aber schon bei Gen 2 gesagt, nachdem ich Entei endlich hatte, habe ich gesagt, nichts wird so schwer sein, wie in Gen 2 die Raubkatzen zu fangen im Pokéball. Nichts. Und bisher war nichts so schwer. Ah, hier. Mach gerade Legende Arceus 100... Ach, hier geht es sich weiter. Okay. Mach gerade Legende Arceus 100% Pokédex mit allen Aufgaben. Aktueller Stand 53 von 242. Ich glaube, da hast du schon mehr als ich. Aber viel Erfolg. Legenden Arceus. Bestes Spiel. Bestes Spiel. Ich war zwar dabei, aber das Video gucke ich mir trotzdem an. Danke, 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 danke. Schallquap brauche ich noch zwei Stück. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich überhaupt Pokémon fangen soll, wenn ich sowieso alle mit versteckter Fähigkeit fangen will am Ende des Spiels. Ich glaube, so gut, wenn ich die Liste durchgehe, so gut wie jedes Gen 5 Pokémon kann man mit versteckter Fähigkeit fangen. Aber vielleicht... Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es gerade total unnötig, die ganzen Pokémon zu fangen. Ich müsste jedes Mal nachschauen. Ich meine, ich kann nachschauen. Ist Schallquap bei den versteckten Fähigkeiten dabei? Vielleicht machen wir das nicht während... Beep, beep, beep. Ich habe Schallquap lieb. Sind die Genies auch in dem Game normal fangbar? Ja, das sind Romer. Die Genies sind Romer. Ähm, aber wenn du die Tiergeistform willst, was die alternative Form ist von den Genies, musst du Traumradar spielen. Und das ist quasi ein extra kleines Game, was irgendwie 6 Euro gekostet hat. Ich dachte, die versteckte Fähigkeit haben nur Pokémon in einem gewissen Bereich. Genau. Aber so gut wie jedes Gen 5 Pokémon gibt es in diesem bestimmten Bereich. Und das seht ihr hier. Wenn wir zu Gen 5 springen... Das sind all die Pokémon aus Gen 5 und wo die versteckte Fähigkeit zu finden ist. Und bei... Jetzt habe ich es umgebracht. Und bei... Sch-sch-sch-sch-sch-sch-schallquap. Hier, Schallquap ist im kleinen Wald auf der Trauminsel findet man es mit H2O-Absorber. Ciao. Also ich brauche nicht wirklich... Es ist die Frage, ob ich noch zum kleinen Wald kann. Trauminsel in der Pokémon Dreamwell gefunden werden können. Oh, die kann man nicht fangen. Weil die Trauminsel wurde abgestellt. Okay, also versteckte Fähigkeiten, die man auf der Trauminsel findet. Aber hier steht auch Schwarz und Weiß 2. Kleiner Wald. Der kleine Wald hier steht auf der Trauminsel. Ebenso lässt sich hier einsehen, wo sich die Items für Pokémon und versteckte Fähigkeiten im Bonus-Ei. Kleiner Wald. Dieser Kleiner Wald garantiert vielen Pokémon Unterschlupfung und bietet mit seinen vielen Bäumen. In Schwarz und Weiß von Beginn an verfügbar. In Schwarz und Weiß 2 nach 3.000 Punkten. Was ist die Trauminsel? Was ist die Trauminsel? Schallcup sieht aus als Kopfhörer auf. Ich glaube, das ist der Sinn davon. Können die denn die VFs so random haben? Dann würde es ja nicht schaden, sie zu fangen. Nee, versteckte Fähigkeiten gibt es immer nur zu bestimmten Situationen. Normale, wilde Pokémon können keine versteckte Fähigkeit haben. Das habe ich auch jetzt erst gelernt dadurch. Hat irgendjemand schon mal ich glaube, es ist wirklich also hier steht ja Trauminsel in der Pokémon Dream World und Pokémon Dream World wurde abgestellt. 14. Jahrhundert 2014 wurde es eingestellt. Und dieser kleine Wald ist in der Dream World. Und dieser kleine Wald ist betretbar in Schwerte Schwarz und Weiß sofort, in Schwarz und Weiß 2 erst später. Das heißt, immer wenn hier Dream World steht, geht es nicht. Und hier bei Praktibalk steht zum Beispiel Traumpark. Und Traumpark ist Traumhaft schöner Park und das ist genau das gleiche. Das ist auch Trauminsel Dream World. So wie ich das verstehe. Aber hier zum Beispiel Matrifol Hain der Täuschung. Und Hain der Täuschung ist ein Wald in ein Nall der östlich von und Schwarz-Weiß 2 steht im Norden des Waldes ein Backpacker. Hier findet man auch ein wildes Zorro-Arc. Das ist einfach ein Hain der Ertäuschung, den man glaube ich im Endgame einfach betreten kann. Und hier gibt es zum Beispiel Matrifol mit versteckten Fähigkeiten. oder oder funkelndes Meer. Nein, auch nicht. Lösungsbuch-Event. Was ist denn das Lösungsbuch-Event? Oh Gott. Das können wir sogar kriegen, vielleicht durch DNS-Glitch. Ja, aber hier Tamping Yong und Huzasa gibt es zum Beispiel. Also überall wo VL steht, das können wir machen, weil das ist die versteckte Lichtung. Hier steht Bucht von Ondula. Was ist denn die Bucht von Ondula? Okay, Bucht von Ondula. Da gibt es auch versteckte Fähigkeit für Apoqualyb. Ich finde es blöd, Pokémon Kamsinopopo nicht shiny hören kann wie bei Lingenarchus. Das ist nicht blöd, das ist sehr gut. Ich wollte auch nochmal sagen, dass mir deine Videos sehr gefallen. Warte mal, wir spielen mal kurz weiter hier. Wo sind wir? Äh, da. Dankeschön, Palidos. Man merkt, dass da viel Arbeit, Liebe und Leidenschaft reinsteckst. Freue mich immer, wenn du ein neues Video rausbringst. Dankeschön. Also Schallquap nach der Liste kann ich also nicht kriegen mit versteckter Fähigkeit, weil das war in der in der Lichtung. So wie ich das jetzt verstehe. Äh, in der im Dreamworld. Wenn es die Lichtung ist, dann geht's. Lichtung geht, Dreamworld geht nicht. Kann Dusselgur eine Flugattacke? Kann man die Tiergeistform in Gen 5 auch noch irgendwie bekommen, wenn man Traumradar nicht hat? In Gen 5 selber nein. Weil die Tiergeist, also heutzutage kannst du aus einem Genie einfach mit dem Spiegel die Tiergeistform machen. In Gen 5 selber gibt's diesen Spiegel noch nicht. Aber du kannst einfach doppelt die Genies alle fangen und dann in einem anderen Spiel, Gen 6, 7, 8, 9, kannst du die Genies einfach in ihre Tiergeistform umändern. Aber, ich hab halt die Regel, ne, erstes Spiel, wo das vorkam, Tiergeistform kam das erste Mal vor ein Traumradar, deswegen mach ich Traumradar. Danuva, du bist ein Meditalis. Hallo. Warum ist Windstoß so schlecht? Vielleicht, weil ich Level 10 bin. Oh mein Gott. Es klappt nicht so gut. Es klappt nicht so gut mit diesem, mit diesem Leveln gerade. Ich muss mal aufpassen hier. Hey Soul. Endlich auch hier Mitglied? Ich sehe leider nicht, wenn ihr auf YouTube irgendwas Eventmäßiges macht. Bist du gerade, bist du gerade Mitglied geworden auf YouTube? Also Abo quasi? Spielst du ganz normal durch oder mit Regeln? Ich spiele ganz normal durch. Ich versuche das Spiel zu genießen. Aber im Moment bin ich komischerweise immer noch unterlevelt. Phil, ich finde es nicht blöd, dass mein Karmesin und Purpur den Schiller-Sound nicht mehr hört. Es ist, äh, es ist viel zu einfach sonst. Wenn du einen Schiller-Sound haben willst, dann spiele einfach Legends Arceus. Wo einem die Shinies hinterhergeschmissen werden, muss man nicht mal auf den Bildschirm gucken und du siehst schon, was alles rumschillert. Ich muss Praktibalk aber leveln. Efu-Seb hat keine Chance. Ich meine, ich sollte eigentlich Karadonis noch einfach zum Kampf mitnehmen. So, es ist jetzt hier Anubis. Bist du der Anubis von gestern? Oder bist du ein neuer Anubis? Bin gespannt, was du sagst. Anubis, du überschüttest mich gerade mit Geld. Dankeschön dafür. Aber sei ehrlich. Ein neuer Anubis. Du bist ein neuer Anubis. Du bist nicht der Anubis. Vielen Dank. Vielen Dank für... Du hast auch gestern sechs Subs verschenkt am Ende vom Stream oder als ich... als ich... als ich offline gegangen bin. Vielen Dank dafür. Dankeschön für 100 Bits. Dankeschön Davoidl für dein Prime. Vielen Dank. Dankeschön. Hallo Pontinus. Pontinus, wir spielen kein Final Fantasy. Was tust du? Account existiert seit gestern. Mal schauen. Das ist halt die dritte Chance, die wir an Anubis geben. Bam, 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 bam. Bist du ja gestern dabei? Dankeschön für die... Wie alt bist du? Darf ich dich duzen? Okay. Ich bin 35. Hast du das Gefühl, du musst mich jetzt siezen, weil ich 35 bin? Sei ehrlich. Darauf warten, dass du Final Fantasy seit Start ist. Ich weiß nicht, wenn ich weiterspiele. Entschuldigen Sie. Alter Sack. Ich finde, wir sehen noch jung aus. Wie 35-Jährigen. Phil Iago. Hast du das Gefühl, man muss 35-Jährige siezen? Ich finde ja, siezen sollte komplett... Wobei, eigentlich... Es gibt schon Situationen, wo siezen sich richtig anfühlt. In so einer Bank oder so. Oder... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich für siezen oder gegen siezen bin. Ich meine, es ist definitiv... es stirbt aus zu siezen. YouTube ist hinterher. Meinst du mental oder... Was meinst du? Du bist daran gewöhnt, zu siezen? Okay, hier siehst du bitte niemanden. Ich finde es siezen befremdlich. Ja, aber wenn du in eine Bank gehst... Oder keine Ahnung, du bist... Keine Ahnung. Du gehst in ein schickes Restaurant. Ein schickes Restaurant. Und dann kommt ein O-Bar. Oder irgendeine Service-Kraft. Wie sagt man? Und... Würdest du dann sagen... Hey, du! Oder sagen... Kannst du mir Wasser bringen? Könnte ich bitte... Kannst du mir ein Wasser bringen? Sowas. Würdest du das sagen? Nein. In deinem schönen Lokal hast du irgendwie automatisch so das Gefühl zu sagen... Oh, können sie mit dem bitte im Wasser bringen? Selbstverständlich, der Herr. Aber wenn es jetzt so ein hippes Lokal ist, so eins, wo man mit dem Hoodie reingeht und so... Dann... Würdest du niemals siezen. Dann würdest du einfach sagen... Heyo. Digga. Hast du mal ein Vase? Ayo, Alter. Bring Pommes. Zack, zack. Bin gerade am Gen 1 Origin Decks und habe leider nur die virtuelle gelbe Edition. Gibt es eine Lösung, um blau und rot schnell auf den DS zu bekommen? Außer in der Zeit zurückzureisen... ...wird es schwierig. Illegal geht alles, aber ich werde dir nichts Illegales empfehlen. Tut mir leid. Digga, sollte man nie sagen. Keine Angst, ich sage auch nie, Digga. Ich finde es schlimm. Digga. Meine Nachbarin ist über 70 und will immer, dass ich sie duze, weil wir schon so lange nebeneinander wohnen. Geht mir nicht über die Lippen. Gell, das fühlt sich irgendwie komisch an. Hallo, Angel. Ist in solchen Situationen halt eine Konvention, aber ich finde das irgendwie übelst deutsch, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich hätte auch nichts dagegen, wenn es sich... Es tut... Es wandelt sich ja. Ich glaube, in 50 Jahren wird man in Deutschland gar nicht mehr siezen. Aber... Manchmal fühlt es sich halt richtiger an, als zu duzen. Aber die Leute, die darauf bestehen, gesiezt zu werden, die sterben aus. Glaube ich. Und was mache ich hier eigentlich? Ich level jetzt Evo, sie hat noch einen Level, dann probieren wir uns aber nochmal. Ich darf aber einen kleinen dummen Volltreffer von Terribar kriegen. Brauchst du jetzt alle Pokémon mit versteckter Fähigkeit oder brauchst du sie doppelt, weil du sie auch normal brauchst? Brauchen tue ich gar nichts. Brauchen tue ich nur meinen Frieden. Was denkst du, wie Pokémon Legenden Z A wird? Scheiße. Warum ist das C-Gear wieder aktiv? Ich habe nichts gedrückt. Aber in 50 Jahren wird man Meerhaber sagen zur Begrüßung. Meerhaber? Was ist denn Meerhaber? Tschüss Anubis. Still ist das. Meine Oma und ihre Nachbarin haben sich, obwohl sie 20 Jahre nebeneinander gebund haben, immer gesiezt. Erklärung meiner Oma, die andere ist älter und hat mir das Du nie angeboten. Ja. Meerhaber ist türkisch für hallo. Okay. Wer mich in 50 Jahren nicht siezt, wird ignoriert. Warum ist das C-Gear an? Ich habe das nicht angemacht. Kleiner Tipp, WLAN-Knopf an der Seite ausmachen, dann kann das C-Gear nicht angehen. Aha. Der typische WLAN-Knopf. Ja, den kennen wir alle, den WLAN-Knopf. Der typische WLAN-Knopf auf einem 2DS XL Big New. Äh, der typische WLAN-Knopf. Wo, sowas gibt es nicht. Wieso glaubst du, dass Legends ZA schlecht wird? Weil du die fünfte Person bist, die mich fragt und ich keinen Bock mehr habe, eine ehrliche Antwort zu geben. Nein, wir wissen einfach nicht, wie Legends ZA wird. Ich kann nicht sagen, ob es gut wird. Das weiß niemand. Das weiß nicht mal Game Freak selber. Aber natürlich wird es großartig. Es ist ein Legends Game. Ganzes Krankenaus bricht zusammen, weil jemand mit 12 Jahren sein C-Gear anhat. Der Schieber rechts. Ah, okay, der Schieber rechts. Der Schieber rechts. Okay, der typische Schieber rechts, den wir kennen. Der Schieber vielleicht hier? Du meinst vielleicht den Lautstärken-Schieber? Den hier? Dude, ich kenne meinen DS. Ich weiß, dass da kein Schieber ist. Ich weiß auch, dass alte DS-Systeme einen WLAN-Schieber haben. Legends, das einzige Pokémon-Spiel, das schlechter ist als Sonne und Mond. Willst du gebannt werden? Was sagst du hier für böse, böse Worte? Warte mal, ich muss das nochmal durchlesen. Ich kann das nicht packen, was du geschrieben hast. Legends, das einzige Pokémon-Spiel, das schlechter ist als Sonnen und Mond. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock. Happens, Hunde auf dich zu, zu, zu hetzen. Was ist dein Lieblingsspiel? Biest. Biest, was ist dein Lieblings-Pokémon-Spiel? Dann schauen wir mal, wie du reagierst. Hallo, Sammy. Ich kenne auch nur Sonne und Mond-Hater. Ja, ich. Ich bin ein Sonne und Mond-Hater. Obwohl ich es nicht gespielt habe. Hallo, sanfter Wikinger. Was sagst du in Kapu zu den niedlichen Ausbrüchen? Nett. Ist mir egal. Selbst wenn sie Shiny wären, ist es mir egal, weil ich die alle schon hab in Shiny. Also, aber in Shiny wäre natürlich cooler gewesen. Aber Mai ist halt ein kleines Event für die ganzen kleinen Babys. Alles gut? Ja, irgendwie ist Gen 5 schwer. Ich muss die ganze Zeit leveln und komm nicht weiter. Kann ihm nur zustimmen? Legends wird mit Gen 9 geskippt? Was seid ihr für Menschen? Warte, ein Level mach ich noch. Ist mein Sub angekommen? Yes. Entschuldigung. Sweeps. Dankeschön für deinen allerersten Sub. Dankeschön, Sweeps. Vielen Dank. Manchmal brauche ich ein bisschen, bis ich das sehe. Weiß ehrlich nicht, was ihr alle für ein Problem mit Sonne und Mond habt. Ist gar nicht so schlecht. Auf ernst. Also, ich persönlich finde es nice. Dann, dann ist Sonne und Mond eins deiner ersten Pokémon-Spiele gewesen, oder? Ist ja okay. Du kannst ja Sonne und Mond mögen. Ist doch okay. Ist doch okay. Ist doch okay. Vielleicht lerne ich es auch lieben. Wahrscheinlich nicht, wenn wir da angelangt sind. Wie man im Sitzen so falsch liegen kann. Das ist ein Anspruch. Moment mal, ich brauche Ordoch. Ordoch. Ist das hier so ein 1% Ding? Ich brauche Ordoch. Komm, Ordoch. Ordoch hat ein underrated Mega, finde ich. Ordochs Mega sieht echt sehr fabulös aus. Ordoch ist nicht selten. Also dafür, dass ich hier seit Ewigkeiten Pokémon die ganze Zeit bekämpfe, habe ich zum ersten Mal jetzt einen Ordoch gefunden. Warte, lass mich gucken, wie selten das ist, okay? Weil Ordoch wirkt mir auch wie ein Pokémon, was nicht sehr männlich ist. Ordoch ist zu 50% männlich. Ordoch finden wir in schwarz und weiß überall. Okay. Und es ist zu 100%. Was? Nein, nein, nein. Raschelndes Gras 100%. Raschelndes Gras. Es ist überall nur im Raschelnden Gras. Wo sind wir? Route 3? Ich will da jetzt 1% stehen haben. Raschelndes Gras. Hä? Ich war nicht im Raschelnden Gras. Ich bin doch... Wo bin ich denn gerade? Raschelndes Gras. Ordoch. Raschelndes Gras. Hä, wie habe ich das gerade gefunden? Es kommt immer nur im Raschelnden Gras vor. Bin ich zufällig in Raschelndes Gras reingelaufen? Egal. Ordoch. 1%. Ich sag's euch. Bringt sehr viele Erfahrungspunkte. Es ist das Schanera von Gen 5. Du bist ins Gras. Aber Raschelndes Gras. War da zufällig gerade ein Raschelndes Gras, in das ich gelaufen bin? Okay, dann 100%. Aber nice. Können wir abhaken. Außer es hat eine versteckte Fähigkeit. Dann können wir es nicht abhaken. Oder auch später zum Leveln gut. Wie realistisch kann es sein, dass es vielleicht in Zukunft für die Nintendo Switch 1 oder 2 nochmal ein Remake zu Pokémon der Gen 3 kommen wird? Gen 3 Remake? Sehr unwahrscheinlich. Gen 3 Remake ist Oras. Also bevor wir ein Gen 3 Remake bekommen vergehen sicher nochmal 20 Jahre. 10 Jahre. So, aufgelevelt. Mega Sauger! Mega Sauger anstatt Rankenheap? Wie gut ist Mega Sauger? 40. Rankenheap 35. Jawohl. Ist Evo sehr physisch oder spezial eigentlich? Lass mal die Stats anschauen. Wir wollen ja, wir machen das hier richtig. Ich besiege jetzt diese dumme Arena-Leiterin. Aber ich werde keine Tränke benutzen. Das kann doch nicht sein. Und du, Herr Leo, nimmst dir das nächste Mal gefälligst Zeit von unserem Event. Weißt du, selbst wenn ich Zeit gehabt hätte, an dem Tag lag ich kotzend in Köln wegen einer Lebensmittelvergiftung und habe gelitten wie lange nicht mehr. Oh mein Gott, ich habe 24 Stunden einmal pro Stunde im Strahl gekotzt. Buchstäblich. Deswegen, ich habe noch nicht mal zugeguckt. Die Leute hier mussten mir erzählen, wie es lief. Angriff 42, Verteidigung 46, Spezialangriff 41. Okay, danke. Also es ist beides. Cool. Hast du gerade gesagt, Gen 3 Remake ist Oras, Gen 4 Oras? Das ist doch Gen 6. Gen 3 Remake ist Oras. Das ist eine richtige Aussage von mir, glaube ich, gewesen. Gen 3 Oras? Das ist doch Gen 6. Ja, Oras ist Gen 6, aber Oras ist ein Remake von Gen 3. What do you mean? Alte Männer vertragen nix. Entschuldigung, dass mein Körper nicht gegen Salmonellen gewappnet ist, wenn er überschüttet wird damit. Wir armen Männer. Immer müssen sich Männer anhören, wie schwach sie sind, wenn sie tatsächlich krank sind. Immer. Ich weiß nicht, ob es Salmonellen waren, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es das Lokal war. Ich weiß nur, per Fakt, dass ich 24 Stunden lang ein Haufen Elend war. Weswegen? Ich war ja extra in Köln, um Zuschauer zu treffen. Happens konnte ich zum Glück am Tag davor treffen und dann sind Zuschauer extra nach Köln gekommen, dass wir einen Tag miteinander verbringen und dann waren die da und ich konnte sie nicht sehen. Ich war so sauer. Ich konnte nicht wirklich sauer sein. Ich wollte nur, dass der Tag rumgeht. Okay, ich probiere es jetzt nochmal, ohne dass sich viel geändert hat. Warte, ich nehme Caradonis mit. Soll ich Caradonis mitnehmen? Soll ich Caradonis mit? Ich nehme Caradonis mit. Soll ich Caradonis mit? Ich nehme Caradonis mit. Dann musstest du dich mit denen rumschlagen, ja. Aber Pascal hat gesagt, ihr hattet einen schönen Tag. Kann hier keine toxischen Nachrichten raushauen, werde automodelt, aber hoffe, dir geht es wieder gut. Was wolltest du schreiben? Kappa ist hier gebannt. Vielleicht wolltest du zehn Kappas hintereinander machen. Du wurdest beinahe überfahren, Jesse. Was ist passiert? Warum wurdest du überfahren? Sei ehrlich. Zurecht? Oder? Ich meine, als wir unterwegs waren, bist du über Rot gegangen. Ähm. So. Aha, da ist das Problem. Wolltest du sagen, wärst du bei uns geblieben, wärst du nicht passiert? Korrekt. Wäre ich nicht nach Köln, wäre ich wahrscheinlich nicht krank geworden. Korrekt. Aber was soll ich machen? Das war schon Monate geplant. Und hätte ich vorher gesehen, hätte ich irgendwie gewusst, dass das passiert, dann hätte ich den großen Bogen um diese hellen Stadt gemacht. Ah ja, Spinnen-Emote ist auch gebannt hier. Das ist sowieso eins des dümmsten, was Twitch jemals gemacht hat, ein Spinnen-Emote einführen. Was auch noch Spider heißt. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand Spider oder Spinne schreibt, kommt dieses hässliche Emote von einer tatsächlichen, einfach Bild von einer Spinne. Es ist auch nicht mal eine süße Spinne, es ist einfach ein Bild von einer Vogelspinne. Moment, ich glaube, ich habe Eva selber an erster Stelle. Hatte ich zuletzt in Thailand, ich dachte, ich muss sterben. Es ist so schrecklich, es ist so schrecklich, wenn man einfach man liegt da und es ist einem nur schlecht. Das ist so schlimm. Bei mir kommt nichts, hast du ein Add-On. Was meinst du, kommt nichts? Was willst du machen? Eine Spinne? Eine Spinne ist gebannt, du kannst nichts machen. Äh, ist eigentlich Gras-Mixer besser jetzt als Mega-Saurer? Mega-Saurer? Ich mache mal Mega-Saurer. Wegen Spinnen-Emote? Ja, du kannst es eben nicht machen, es ist hier gebannt. Twitch? Das ist, glaube ich, ein Hype-Train-Emote gewesen. Die Spinne. Vielleicht haben sie auch genug Leute beschwert, dass es nicht mehr geht. Super-Trank. Moment mal, aber dann hast du keinen Super-Trank mehr für, guck mal da. Das ist der Deal. Ab jetzt gibt's PTSD, wenn du jedes Mal zu einem Event gehst, ist einfach Feuer nie wieder was. Ich, ich, wenn ich jetzt an Fisch denke, wird mir immer noch schlecht. Ich werde ewig keinen Fisch mehr essen. Natürlich kriege ich einen Volltreffer. Natürlich, natürlich. Und er stirbt noch nicht mal von seinem eigenen Body. Buddy. Karadonis macht ihn jetzt und das Spinnen-Emote heißt auch noch Creep. The Legend Arcus Hated kommt in der Hölle. Hey, wenn es eine Hölle gibt, in der ich ständig komme, dann kann es keine Hölle sein. Entschuldigung. Aber wenn du das schreibst, dann muss ich. Doppelkick auf I didn't say it. Das gibt's echt? Ja, Creep. Dumme, eklige Spinne. Ich glaube, das war mal ein als, es gab mal ein Hype Train Event, wo, wenn du beim Hype Train mitgemacht hast, hast du Tiere freigeschalten. Und Twitch natürlich, oh, wir müssen alle Tiere, nicht nur die schönen, süßen Tiere, wir müssen auch die Eidex nehmen und die Vogelspinnen. Und das waren halt nur so echte Bilder von Tieren. Ich schätze mal, das waren sogar Tierbilder von echten Streamern. Schätze ich mal. Aber halt auch eine Vogelspinne. Aber früher hieß das Spiderless Immount. Haben die das geändert auf Creep? Doppelkick besser als Zertrümmer? Zertrümmer ist gar nicht so unstark. Ich mach Doppelkick. In den Windows E-Mods gibt's ne Spinne, die mach ich jetzt aber nicht. So schlimm ist es auch nicht. Ich werd schon nicht davonrennen, nur weil ich ne Spinne seh. Also, in echt werd ich davonrennen, aber jetzt hier nicht. Ich liebe Legend Arceus. Ich auch. Fußkick. Ich hätte beinahe ein Bus angefahren, weil ich nicht hingeguckt habe. Jesse, Jesse, Jesse. Aber schau, hatte ich recht. Wehe, da ist ein super Trank. Ich kann nix machen. Ich kann nix machen. Das ist ne dumme zweite Arena-Leiterin. Die hat einfach nur zwei Pokémon. Ich bin stärker als die, wobei, ich bin nicht wirklich stärker als die. Und die macht mich einfach fertig. Mit Normal-Pokémon. Das ist so peinlich. Ich werde keine Tränke kaufen. Ich werde keine Tränke kaufen. In den früheren Gents machen die zwischendurch auch so Silberblick-Rutenschlag. Aber nein. Die haben tatsächlich ne KI, die Sinn ergibt und sie sich einfach sagen, ja, maue ich heute meine Stärkste-Attacke. Ja, maue ich heute die Stärkste-Attacke und mache den Arm-Trainer. Kein Wunder, dass das Spiel niemand mag, wenn die kleinen Zehnjährigen damals nicht mal über den ersten Arena-Leiter rauskommen. Ah! Das sind Bianca-Vibes, ja. Ich mache das Ding einfach Hypnose. Ohne Hypnose hätte ich das sowas für fertig gemacht. Aber ich will nicht sagen, letztes Mal hatte ich den Biss-of-Rot runter. Das ist jetzt schon mein viertes Mal, dass ich gegen die kämpfe. Okay. Aber wir haben nicht gut gestartet. Wir dürfen nicht mit Evo selbst starten. Ich habe Kinder, ich muss die leider ganz mutig selber erschlagen, spinnen und kann nicht dabei ausflippen, wenn die runterfällt. Warum? Du kannst auch ausflippen oder willst du keine Schwäche vor deinen Kindern zeigen? Das verstehe ich. Wenn man Schwäche vor Kindern zeigt, dann nutzen die das aus. Die kleinen Spawn of the Devils. Also nicht, dass du der Teufel bist, aber niemals Schwäche zeigen vor Kindern. Was willst du auch mit Level 9? Ich habe drei Pokémon, die über Level 15 sind. Mein Evo Serp ist bald Evo Royal. Wer ist das Serpi Royal? Ich sehe es nicht ein. Ich habe schon trainiert. Ich werde nicht noch mehr trainieren für die zweite Arena in diesem Spiel. Die soll nur aufhören, Volltreffer zu machen. Man lernt Kindern damit an, davor Angst zu haben. Ich finde es nicht so schlimm, vor Spinnen Angst zu haben. Ich meine, ich habe nicht Angst vor Spinnen. Es ekelt mich nur so sehr, dass ich nicht im gleichen Raum sein kann wie eine Spinne, die größer ist als ein Fingernagel. Und ich finde, das ist eine ganz normale Reaktion auf das ekligste Tier der Welt. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich auf das Video dazu freue oder nicht freue. OG White, Dankeschön. Das dauert aber noch sehr lange, bis das Video kommt. Dave, du bist ein Kanimani. Gebt euch das, ich mache Fußkick und er denkt sich einfach nur, hm, lecker Fuß. Jetzt macht er gleich wieder einen Volltreffer-Body. Du bist so ein Bastard. Volltreffer-Body-Check. Was soll ich denn machen? Schlangen sind ekelhaft. Ich habe eine Schlange. Die ist nicht ekelhaft, die ist super süß. Wenn mein Freund und ich mal ein Kind haben, kommt der mutige Vater, der dir die Spinne einfach rausträgt. Ja, wenn ich, also Rosa macht Spinnen, aber es, wir haben immer die Fenster zu, es kommen gar keine Spinnen rein. Aber wenn mal eine da ist, ich lege, letztens war eine da und sie hat es mir nicht gesagt, sondern sie hat sie einfach, danach hat sie es mir gesagt, dass eine da war. So Monate später. Übrigens, weißt du noch. aber sie bringt sie dann mit einer, also wenn es eine ist, die nicht zu groß ist, kann ich sie selber auch mit einem Glas rausbringen. Ich versuche nicht, sie zu killen, aber wenn es eine riesige ist, kann ich dann nicht auf fünf Meter ran und dann kann ich sie nicht raustragen, weil ich kann nicht ein Glas auf etwas tun. Weißt du, wenn da ein Glas drauf ist, dann ist die ja quasi nur einen Millimeter von mir entfernt. Das geht nicht. Und dann muss ich leider aus fünf Meter Entfernung alles tun, um die zu beseitigen. So, jetzt heilt er sich. Hypnose? Da hätte er sich lieber heilen sollen. Verdammt. Bitte. Wenn ich Energiefokus und play, weil dadurch du selbst ja einen Crit Chance erhöht und Crits ja dann einen Bedroher negiert. Vielleicht. Wach auf! Hab das Gen 4 Video schon fünfmal geschaut, immer wieder unterhaltsam. Nice, dankeschön. So. Dieses Ding hat jetzt schon dreimal hintereinander nicht Trank gemacht. Das heißt, es wird jetzt auch keinen Trank machen. Fuck, jetzt ist es im roten Bereich. Jetzt wird es so Trank machen. Oder hat Terry Bark schon Trank gemacht? Nein! Du dummer, dummer Bastard. Nein. Ein Volltreffer. Okay, okay, okay. There is a chance. Der roter Bereich wieder. Keine Zahlung. Kein Volltreffer natürlich. Nice. We did it. Okay, das war peinlich. Manchmal springen die schwarzen Kellerspinnen im Glas. Eben. Ganz weit weg. Ich werde jeden Arena-Leiter und die Top 4 ohne Trank machen. Sag dich. Aber glaubt mir kein Wort. Diese Meinung, diese Einstellung werde ich schnell ändern, wenn wir bei den Top 4 sind. Maurice, du bist ein Shiny Dartignis. Ähm. Ähm. Shiny Dartignis. Leo, es ist voll nice, wenn du noch mal so einen Joke einbaust wie mit dem Icognito, mit dem Schrei und der Explosion. Ey, du bist die erste Person, die darauf reagiert. Ich fand das so lustig. Und niemand hat drunter geschrieben, hohohoho. Danke, dass jemand mal darauf reagiert. was für ein guter Joke das war mit dem Hörr und dem Hörr. Hallo, Breaking Bad. Hallo, hör mal, wer da hämmert. Das war mega. Und niemand hat bisher darauf reagiert. Ich habe in einem Video, ich habe das Video aber vergessen, ich habe in einem Video eine versteckte Botschaft hinterlassen. Äh, ich glaube, ich habe mit Eins und Nullen bei einem Kapiteltrenner habe ich so ein kleines Eins und Nullen Nachricht hinterlassen. Hat auch bisher niemand darauf reagiert. Ich kenne kein Breaking Bad, aber habe das auch nicht verstanden anscheinend. Ja, wenn man nicht Breaking Bad kennt, ist es vielleicht nicht lustig, weil einfach ein Typ auf einmal ausspringt und schreit. Aber trotzdem versteht man es. Fragezeichen, hä? Ausrufezeichen, ha? Krits waren vor Gen 6 auch noch wirklich dumm. Doppelter Schaden ist broken. Aber sind Herr Krits sind auch heute immer noch doppelte Schaden? Was sind Krits heute 1,5? Nein, Krits sind auch immer zweimal. Weil wahrscheinlich die wenigsten Binarzahlen umwandeln können. Ja, aber dann, das war halt meine Hoffnung, dass jemand es sieht und sich denkt, was heißt es? Und dann gibst du es halt kurz ein. 1,5? Echt? Ich dachte, Volltreffer ist doppelt. Sieht immer aus wie doppelt. Okay. Der Joke war echt nice. Nice. Dieser Knabe hört auf den Namen Arti. Man sieht es ihm vielleicht nicht an, aber er ist der Erinnerleiter von Stratos City. In Stratos City könnten wir das erste Mal versuchen, den EP-Teiler zu kriegen. Welche Lust ist dir denn über die Leber gelaufen? Welche Lust? Und ob es den gibt? Eins unserer Ausstellungsstücke wurde gestohlen. Der Drago-Rankopf. Sag mal, was ist das denn für ein Massenauflauf? Oh, oh. Leak für Gen 10 Massen... War das hier ein Leak für Gen... Gen 8 Legends Arceus Massenaufläufe? Wobei es gab schon Massenaufläufe in Gen 4. Wen haben wir denn da? Kennst du diese zwei Raka? Sind das Freunde von dir? Belle und Sharon heißen sie also. Ach, die beiden sind also Trainer? Dann teilen wir uns am besten auf. Ich werde mich in dieser Richtung umsehen. Laus nicht Lust? Nein, nein, nein. Und jetzt zu euch beiden. Euch würde ich darum bitten, hier im Museum zu bleiben. Sharon und Belle. Arty und Leo, ihr durchkämmt bitte zusammen den ewigen Wald. Ok, 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 ok. Hier gibt es wieder neue Pokémon. Natürlich muss das Glas ausgewaschen werden, nachdem da eine Spinne drin war. Natürlich. Was ist das? Altem Radar. Ok. Hallo, JP. Was ist dir denn über die Lust gelaufen? JP, du bist ein Slimer. Ist das die Stadt mit dem Eiffeltower? Laut einigen Streamern liegt die ja in Stratos. Nee, for real fun, das ist so witzig, wie viele Einahe mit Carlos verwechselt haben. Manchmal, manchmal wegen dem Namen Unova auf Englisch denke ich manchmal Unova, ah ja, Unova, die französische Stadt. Unova klingt französisch und Carlos klingt halt nicht französisch. Aber ja, Stratos mit dem Eiffeltower. Ich habe vorhin geguckt, es gibt zwei EP-Teile. Der eine EP-Teile ist in einer Stadt und der andere ist in Stratos. Aber ich glaube, der EP-Teile in Stratos, es gibt irgendwie so ein so ein Haus in Stratos, wo einer halt, wo ich ganz viele Trainer besiegen muss und wenn ich die besiegt habe, gibt mir der Anführer den EP-Teiler. Kann ich das direkt machen, wenn wir das erste Mal in Stratos sind oder ist das so Endgame-EP-Teiler? Weil irgendwo später dann gibt es gibt es wieder einen EP-Teiler oder früher habe ich überhaupt eine Karte? Ich glaube, ich habe gar keine Karte. Karte. Hier bin ich erst. Ah, das nächste Stratos. Okay. Und dann die andere war... Ich glaube, die andere... Okay, ich erkenne keinen Namen gerade. Rayono vielleicht? EP-Teiler kann ich sofort machen. Irgendeine andere Stadt hier hat noch einen EP-Teiler, wenn man ein Pokémon vorzeigt, das zwischen, glaube ich, Level 27 und 40 ist oder 27 und 50 oder sowas. Aber ich erkenne gerade den Namen nicht. Egal. Holen wir uns einen EP-Teiler in Stratos. Nevajo? Stimmt. Aber ich habe gerade kein Nevajo gelesen. Bin ich gehalten? Okay, wir müssen mal Karadonis jetzt wieder raustun. Wir brauchen nicht zwei Kämpfer. Ist ein Glitch für das Victini-Event bekannt? Äh, nicht wirklich Glitch, aber der DNS-Exploit, DNS-Glitch, was auch immer, der gibt dir Victini hier. In Gen 5 kannst du dir noch alles holen. Karadonis gegen Dusselgur 10, 12, 13 gegen Dusselgur. Äh. Nevajo ist ziemlich spät. Okay, dann kriegt man ziemlich spät erst einen zweiten EP-Teiler. Ich habe auch gesehen, ähm, was war das? Ah ja, Zorro, nee. Ah, nee, die zwei Shinies, die man nicht kriegen kann, Dratini oder Kaumalad. Die haben EP-Teiler ausgerüstet, aber die sind erst reich am Ende vom Spiel. Du hast die Victini als Kind noch im Toys R Us geholt. Cool. Hast du es noch? Die Musik hier ist zu krass. Das ist ein schöner Wald. Quer durchs Dickie, ich gehe geradeaus und versuche sie einzuholen und selbst wenn sie nicht diesen Weg genommen haben sollten, schneide ich ihnen so den Fluchtweg ab. Würdest du diesen Weg nehmen und nachsehen, ob sie sich da verstecken? Du triffst sicher auch auf einige Trainer. Ja, 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 ja. Und der da oben hindert mich hoch zu gehen. Vielleicht. Doppelkampf. Die Shinies gibt es erst im zweiten Teil. Nein. Kaumalad und Dratini sind schwarz und weiß und Maxax ist schwarz-weiß 2. Oder habe ich mich verguckt? After defeating Benga in Black City or White... Achso, Black City and White Forest. Das dachte ich, wäre dann das Spiel. Hä, es steht nicht, welches Spiel es ist. Es steht nicht da, welches Spiel es ist. Es steht echt nicht da. Ich dachte, weil hier steht Black, White, dachte ich 1. Aber wahrscheinlich ist es schwarz-weiß 2. Game? Ja, hier steht Game schwarz-weiß 2. Hier steht es nicht. Wir sind im zweiten. Okay, wir sind im zweiten. Es steht hier nicht. Sehr rieb. Überall steht Game. Game. Und dann bei denen steht No Location. Hey Oliver, hi. Aber gut, dann gibt es die nicht. Was habe ich denn jetzt hier für Pokémon ausgewählt? Eieieieiei. Strahwickl ist doch ein Käfer, oder ist der No Pflanze? Nee, das ist doch ein Käfer. Strahwickl. Gibt es auch neuen Schwarz-Weiß 2. Im ersten Teil gab es keine Shinies geschenkt. Okay. Der Wald ist schön gemacht. Ja, ich bin gespannt, wie hier die Musik ist, wenn man gerade nicht nach Team Plasma sucht. Käfer und Pflanze. Eben, dann ist unser Steinwurf doch fast schon. Irgendwie, ich bin die ganze Zeit unterlevelt. Was, was, äh, was, äh, was, was? Wahrscheinlich gibt es die Location nur in Schwarz-Weiß 2. Ja, trotzdem sollte man das Spiel anschreiben, oder? Aber ist ja nicht so schlimm. Leider nein, mein Bruder hat meine schwarze Edition damals kaputt gemacht. Okay, ich, ich, ich nehme stark an, du redest nicht mehr mit ihm. Die schwarze Edition kaputt gemacht, mit einem schönen, echten Victini drauf. Aua. Leider, du bist krank. Ab ins Bett. Ab ins Bett. So macht man sich Feinde, ja. Ich kann mich aber auch noch erinnern, wie manchen Leuten das so egal war beim Gameboy spielen und du spielst gerade Gameboy irgendwo auf dem Pausenhof und dann kommt einer her. Was spielst du da? Nimm den Gameboy Gameboy, reißt das Spiel raus, guckt sich das Spiel an und denkst nur NEIN! So, es ist natürlich nie was passiert. Weil, naja, du kannst die Spiele einfach rausnehmen. Außer du bist vielleicht gerade im Speicherprozess. Dann wäre, glaube ich, schlecht. Aber es war halt trotzdem, für mich war das immer, wenn, wenn da steht, nicht das Spiel rausnehmen, während es an ist, dann macht man das nicht. Und die haben das einfach gemacht. So, nein, bist du das so wahnsinnig? Was? Seitdem bin ich Einzelkind. Man entwickelt sich Praktibalk, nicht so früh, oder? So, wahrscheinlich so 28 oder so. Aber Dusselgur muss sich doch so auf 16 entwickeln. Dusseldusselgur. Aber wir machen jetzt mal Praktibalk, äh, wir machen Praktibalk an zweiter Stelle am Nagelotz. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich Praktibalk nicht mehr so unbedingt brauchen. Ich mache lieber, aber Schallkrab will ich ja ersetzen irgendwann. Das dauert auch noch mit. Äh, na, ich mache Praktibalk. Praktibalk behalte ich, glaube ich, als Kampf-Pokémon. Aber Schallkrab will ich ersetzen mit, ähm, Zappladin. Aber die Elektro-Höhle dauert, glaube ich, noch. 25 entwickelt sich Praktibalk. Los, Leo, antworte doch endlich. Was hast du gesagt? Was, was, was? Majora, los jetzt, was? Majora, was? Oh mein Gott, was? Majora, was? 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 Du hast nix. Da steht nix, Majora. Du hast nix gesagt. Was, Majora? Antworte doch endlich, was? Erinnert ihr euch eigentlich noch an euer allererste Shiny? Verabuff. Ähm. Dein allererster Shiny war ein Schanera in Let's Go. Ohne danach nach zu suchen. Ich kann mich aber auch erinnern, in einer Nuzloc in Gen 6, glaube ich, ein Shiny Sedimantor gefunden zu haben. Und ich war extrem traurig, weil das natürlich eine Rom war. Weil das eine Randomizer Nuzloc oder sowas war. Und dann alle so wow und ich äh, Mist. Aber ich weiß es nicht mehr so genau. Aber ja, das war Schanera in Let's Go. In der Mewtwo-Höhle. Also sehr spät. Meinst du war Megalon in Schwert? Was ist Megalon? Ach, Megalon ist der Alien, oder? Shiny Georock in Feuerrot ist hat Explosionen eingesetzt. Hey, zumindest hast du eine gute Geschichte. Auf Grantelbards Nachricht sollst du antworten. Ich zitiere. Leo, antworte mir bei Insta. Okay, nice. 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 Okay. Ich habe keine Nachricht auf Insta. Lüge. Meins war Carpador in Smaragd während meiner Suche nach Barschwa für den Pokédex. Heißt du deswegen MKP? Das hat deine Welt dann so beeinflusst, dass du oh mein Gott, Carpador. Magic Carp. Oder mochtest du davor schon Carpador so sehr? Shiny Gerox, Siegesstraße Carlos. Krass. Und gestern tatsächlich während meines Oras Origin Dex Project Shiny Tentache und Macholo ohne Suchen und Pin. Beide random in Oras. Krass. Ist das hier ein Eboli Ja, das ist ein Moosstein hier. Ich mag Carpador auch. Ich mag Carpador auch. Großer Fisch-Fan seit dem Tag und Shiny-Fan. Die Zukunft. Ne, wie sagt man? Oh, ein Waumball. Waumball ist so ein Pokémon, das vielleicht nur weiblich ist, oder? Es wirkt mir wie so ein weibliches Waumball. Waumball. Warum? So. Menschen, die das Carpador in Gen 1 nicht kaufen, haben die Kontrolle über Leben verloren. Ich glaube, ich habe das nie gekauft. Waumball ist 50-50. Somit Tschüss. Meins war Shiny-Felino, damals in Silber. Krass. Krass. Random und ich wusste nicht, was Shinies sind. Dachte, mein Spiel ist korrumpiert. Ich habe es getötet. So viele Gips, die das gemacht haben, glaube ich. Ich glaube, es ist genau der gleiche Fehler, dass man zum Beispiel einen Radfratz mit Meisterball fängt. Genauso denken Leute bei Shinies, warte mal, das ist irgendwie falsch. Weg damit. In Gen 6 sind 300 Chinese gebreedet mit Oras, alle auf Bank, Bank 8 Jahre nicht genutzt, alles weg. Moment, 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 das ist interessant. Wie? Okay, das können wir fangen. Wie meinst du das alles weg? Gen 6, 300 Chinese gebreedet mit Oras, alle auf Bank, Bank 8 Jahre nicht genutzt, alles weg. Der rote Jay. Das hat mich nämlich schon immer interessiert. Wie lang muss man Bank oder Home nicht abonniert haben? Das Pokémon sagt, lösch es. Delete. Sir, wir haben hier der rote Jay nicht mehr betreten seit 387 Tagen. Was sollen wir machen? Deleted. Lösch es. Ein Monat? Niemals. Ein Monat können sie nicht machen. Ich sage ein Jahr. Ich weiß ja nicht, ich habe das auch nirgendwo gefunden, die Information. Ich sage nach einem Jahr löschen sie es erst. Ein Monat kann nicht sein, weil so viele Leute einen Monat keine Ahnung Kreditkarte geht nicht mehr, Paypal ist abgeschafft und dann auf einmal wird es nicht bezahlt und Pokémon so löschen. Ein Jahr sage ich. Ich würde sogar sagen, sie schicken dir eine E-Mail, aber ich kann mir nicht vorstellen, von Pokémon Home eine E-Mail zu kriegen. Terribark, ah ne, das ist ein Kampf. Ich wusste nicht mal, dass die überhaupt gelöscht werden, die Daten. Ich, ich, ich meine, es sind sehr geringe Daten, aber es sind einfach nur, es sind ja nur Daten, was es ist und nicht tatsächlich Bilderdaten. Deswegen, eigentlich könnte man schon sagen, hey, das sind so wenige Daten, aber auf der anderen Seite, wenn sie es sowieso behalten, warum soll ich dann dafür zahlen? Wenn sie es sowieso lassen, warum zahle ich dann dafür? Weil dann könnte ich ja auch sagen, hey, ich weiß jetzt, dass ich Home für drei Jahre nicht mehr betreten werde, also höre ich auf, dafür zu zahlen. Die logische Konsequenz ist ja, dass dann Pokémon Jahr später, halbes Jahr später die Daten löscht, weil du zahlst ja dafür, dass die Daten in einer Cloud bleiben. Ich meine, wenn du Google Drive kündigst, dann werden die Daten ja auch gelöscht. Kann nicht sein, dass du, aber ich weiß es nicht, vielleicht sind so wenige Daten, dass die sagen, ja, selbst nach drei Jahren, aber deswegen frage ich ja, du hast ja, nach acht Jahren hast du Bank wieder betreten und alles war weg. Acht Jahre ist halt auch lang, ne? Ich finde es so lächerlich, dass Home nur über Abo läuft. Ich meine, du kannst Home auch ohne Abo benutzen, halt eine Box. Ich meine, du kannst Home benutzen, um Pokémon zu transferieren, umsonst. Und hier die 16 Euro im Jahr sind jetzt auch nicht die Welt. Pokémon Company, okay, ein Nutzer mit einem Shiny Living Origin Dex, als ob die das nachschauen. Er hat seit einem Monat nicht mehr abonniert, was tun, was tun, ach komm, wir löschen das einfach. Also wenn, das ist sowieso ein Automatismus. Aber ein Monat kann nicht sein, ein Jahr oder gar nicht. Kannst du attackieren? Wollte mir meine Pokémon vom DS übertragen, und dann steht da, dass man Geld bezahlen muss. Stimmt, die für Bank brauchst du ein Abo, ja. Ich finde, Pokémon Home sollte inkludiert sein im Nintendo Online Format. Das fände ich, ich finde es sowieso schon, ich finde den Preis sowieso fair, für jemanden wie mich, der das sau viel nutzt. Aber klar, wenn du jetzt einmal kurz übertragen willst, und dann musst du dafür zahlen, das ist vielleicht ein bisschen gemein. Ich glaube, am korrektesten wäre es, wenn es zusätzlich bei Nintendo Online drin wäre. Was ist, wenn ich den Origin Decks auf Home voll habe und dann das Abo nicht mehr zahle, bis Gen 10 kommt, zum Beispiel um Geld zu sparen, bleiben die Mons? Das ist die Frage, ich weiß es nicht. Wer will es ausprobieren? Man könnte auch einfach bei Pokémon irgendwie eine E-Mail schreiben und dann würden die einem das vielleicht sagen. Dann hast du vor Gericht zumindest eine E-Mail. Case 3749. Der Rote Jay verklagt Pokémon, weil sie seine Pokémon gelöscht haben. Beweismittel 1. Eine E-Mail von einem Ex-Mitarbeiter von Pokémon, in dem steht, und die bleiben Filmer, die werden nicht gelöscht. LOL. Pokémon Home muss Tausende von Euro Schadensersatzzahlen an der Rote Jay. Die werden ein Jahr gespeichert. Ein Jahr fände ich logisch. Oh, ein Männchen. Das hat keinen Tackle überlebt. Karmusin ist mein Pokémon Home. Ey, so viel, also nicht so viel, es sind trotzdem vielleicht nicht mal ein Prozent natürlich, aber so viele Leute, die ihre Speicherstände verloren haben. Was hier? Stabilo. Stabilo hat den Speicherstand verloren von Schwert und Schild. Und da waren 30 Shiny Legis drauf oder sowas. Oder 15 Shiny Legis. Und er wollte einfach nur seinen Einspielstand auf die neue Switch übertragen. Ähm, und der Speicherstand hat es nicht geschafft auf die neue Switch und war einfach weg. Und seitdem hat er, ich weiß nicht, hast du schon alle nachgefangen inzwischen? Wait, what? Ich muss das nochmal überdenken. Ja, also auf einem Spiel sind sie auf jeden Fall nicht so sicher wie auf der Cloud. Weil Pokémon Home hat sicher auch Backups und sowas. Das heißt, selbst wenn der Server kaputt geht oder selbst wenn irgendwas korruptiert und sowas. Pokémon Home, die Pokémon Company hat sicher Backups davon, können es immer wieder herstellen. Aber also wenn dein Spiel, wenn dein Speicherstand einfach kaputt geht, ist einfach alles weg. Das ist halt eine Datei einfach. Nix klaut. Und Pokémon Spiele werden ja auch nicht in der Cloud gespeichert. Seitdem hat er eine Depression, ja. Also ich wäre am Boden zerstört. Und bei genug Leuten hat ja auch Karmesin und Purpur, der ist ja Speicherstand kaputt gegangen. Ich hatte auch irgendwann mal was getweetet und hat auch jemand drunter geschrieben, meine drei Shiny Boxen sind gelöscht worden. Wollte fragen, wo du die Capture Card einbauen lassen hast. Hat schon jemand gesagt? Jemand hat schon gesagt. Aber bei Murky. Genau, Happens hat schon gesagt. Hast du richtig geschrieben, Murky. Einfach Murky googeln und das kannst du da kaufen. Ich habe letztens wieder geguckt, weil für die Manafi-Hand hätte ich eigentlich gerne zwei DS, dass ich euch beide DS zeigen kann. Das Dusselgur können wir fangen. Ähm. Aber dann habe ich gesehen, Alter, ist teurer geworden. Irgendwie 400 Euro. 400 Euro, um den DS zu modden. Und ein DS, DS Lite ist nicht mal im Angebot, also DS Lite wird nicht mal angeboten. Es geht nur mit, also der macht es nur mit dem originalen DS und es gibt zwei, die das machen. Murky und noch jemand macht es mit dem DS-Modding. Aber ne. Entweder ich mache es mit Manafi so, dass ich den anderen Gameboy mit einer Kamera abfilme oder ich wechsle die ganze Zeit das Spiel, sodass der Ausbrütenprozess immer auf der Capture Card ist. Aber das, da muss ich halt jetzt mal speichern. Wobei, kann ich überhaupt speichern? Doch, wenn ich das Ei, wenn ich die Eier rüber tausche, wird er automatisch gespeichert. Und dann muss ich einfach die Cartridge wechseln, Spiel neu starten und dann seht ihr den Prozess. Mal schauen. Heißt das noch getweetet, nicht ge-ixt? Es wird für immer Twitter heißen, es wird nie X heißen. Solange die Menschheit Twitter sagt, ist es Twitter. Was machst du eigentlich im Fall eines Random Shiny? Würdest du das auch in deinem Origin Decks packen oder machst du es ausschließlich normale Einträge? Also der Origin Decks an sich sind nur normale Einträge. Aber natürlich, ich habe mein, ich habe in Gen 3 ein Random Wumpel gefunden. Da war ich auch. Ich habe es leider nicht gefilmt, ich habe nur ein Screenshot dann danach, weil ich habe einfach nur, ich wollte einfach nur einen Trassler fangen. Ich hatte das gerade nicht gefilmt, war einfach offline, ich habe einen Trassler gesucht, Trassler ist irgendwie 2%. Also wenn ich da eine Zeit lang im Gras hin und her und auf einmal ist dann Shiny Wumpel in Gen 3, 1 zu 8000. Das chillt jetzt auch in der Origin Decks Gen 3 Box einfach, so wie Shiny Garados in Kristall halt auch da chillt. Das ist halt Teil vom Origin Decks, aber ich habe trotzdem natürlich ein normales Wumpel. Toxiped brauchen wir auch. Ich freue mich auf Gen 5. Maurikun? Ich auch. Ich komme nur echt langsam voran. Ich habe unterschätzt, wie gut trainiert die Pokémon sein müssen. In Gen 3 habe ich Eneko gebrütet und das dritte Ei war Shiny. Das ist krass, ja. Vor allem bei in Gen 3 dauern die Eier so lang. Shiny Wumpel ist ein hübsches, ja. Vor allem, wenn man es entwickeln würde, Shiny, Prudox ist cool, aber vor allem, äh, Beautyfly. Sehr schön. Und im Video nochmal festgehalten, das Shiny Wumpel, ja, der Screenshot halt. Aber ich war wirklich, ich saß hier alleine, habe einfach nur, einfach nur nach einem Trassler gesucht, auf einmal ist dann Shiny Wumpel und da habe ich so, was? Es ist wieder klar, dass das nicht live passiert. Ich würde einfach abfilmen, das klingt viel zu aufwendig. Ich weiß halt nicht, ob das strategisch geht, dass ich einfach die Spiele tauschen kann, während der Manafiant. Bei dem einen Spiel geht es auf jeden Fall, weil da speichere ich ja gerade. Eigentlich muss ich Eier tauschen, dadurch wird automatisch gespeichert, Cartridge wechseln, das Spiel starten und dann bin ich einfach da. Und auf dem einen DS, auf dem hier, brüte ich immer aus. Auf dem anderen, das langweilig ist dann aber, dann ist die Hand trotzdem langweilig anzuschauen, weil dann sieht man mich zu 80% einfach nur rumstehen. Und mit dem anderen DS sitze ich dann da und spiele das Spiel. Ja, eben, so würde man wenigstens abwechselnd sehen, brüten, rumstehen und dann Spiel durchspielen. Brüten, rumstehen, Spiel durchspielen. Oh, kämpfe ich gerade? Das ist schwer. Ich will doch nur ein Toxipad. Leo! Das passiert doch ständig. Das ist doch gar nichts besonderes mehr. So viel Kolosseum. Habt ihr das gesehen auf Twitter? Jemand hat, ich hätte nicht gedacht, dass es anderen Leuten auch so geht. Aber ich sehe random auf Twitter einfach jemanden tweeten. Xen. Können wir, können wir killen? Können wir Toxipad, bitte? Und zwar einfach nur ein Bild von dem, also da, wo ich gerade im Kolosseum bin, bei Entei, läuft man jedes Mal diesen Berg hoch, um gegen Entei zu kämpfen. Am Anfang vom Berg steht so ein NPC und der bewegt sich komplett random. Wenn du Pech hast, steht dieser NPC in deinem Weg. Du kommst nicht an dem vorbei und musst warten, bis er wieder weggeht. Und es stresst schrecklich, weil in jedem Reset auf einem der vier Bildschirme steht der einem im Weg. Und dann sehe ich gestern einfach eine Meme von diesem NPC, wie der da steht und gehatet wird und alle so, oh mein Gott, was ist mit dem? Und ich denke mir so, oh mein Gott, es gibt andere Leute, die diesen NPC auch hassen. Wie gut. Und ich bin echt inaktiv auf Twitter. Also ich kommentiere sehr wenig und sowas. Wenn, dann like ich was. Aber da muss ich drunter schreiben. I feel your hate. Oh mein Gott, I'm so glad that there is someone else that hates these NPC. NPC. Ah, ich habe so gehofft, dass es bei den anderen niemand ist. Echt, bei den anderen sind auch NPCs, die nerven können? Raiku weiß ich gar nicht. Suicune habe ich bei dir gesehen, wie das aussieht. Wie man den, was man für den Weg gehen muss. Raiku weiß ich gar nicht. Bei Suicune ist auch ein dummer NPC. Oh mein Gott. Es war so, ich fand es so geil, so eine spezifische Meme von einem Frame in Colosseum und jemand macht diesen einen Frame. Ich denke so, oh mein Gott. das hat mich so angesprochen. So, Stunde Gen 4 geschaut. Jetzt kann man live zuschauen. Hast du gerade eine Stunde lang mein Gen 4 Video angeschaut? Dankeschön. Was sind das für Hüppelchen? Sind das so Ninjas? Äh, ich wusste es. Die Gen 3 Ninjas sind zurück. Echt, Raiku hat den längsten Weg. Ich glaube, das längste, was ich gesehen habe, war vom Gen 3 Hunter. Der, ich glaube, Metacross ist das. wo du den allerletzten Kampf machen musst und der Kampf ist sau schwer und du musst durch die ganze Cutscene durch und ich glaube, sogar den Kampf davor musst du machen. Ich glaube, da war ein Reset irgendwie 17 Minuten. Und der Verrückte macht es natürlich. Gen 4 Video, mein absolutes Lieblingsvideo. Dankeschön. Dankeschön. Das hat mich wirklich innerlich berührt. Komm, ich zeige es euch. Die Meme hat mich innerlich berührt. Hier, die ist doch sicher. Dabei, gefällt mir. Hier. Mehr ist es nicht. Ich habe das gesehen und dachte mir nur so, ja, ja. Das ist der Idiot hier. Der Idiot. Der steht jetzt hier ziemlich weit unten, aber der steht immer hier. Und wenn du halt vom, vom, von der Zentrale hier du musst hier rein zu Entei und du musst halt hier lang. Und der Typ steht dann immer hier in der Ecke und lässt einen nicht vorbei. Und ich habe das gesehen und dachte mir, es kann ja nicht sein, dass jemand so spezifisch auf ein Problem, das ich jeden Tag habe, eine Meme macht, eine Katze drauf macht. Ich dachte mir so, meint der das wirklich? Utano, Schkel, meinst du wirklich das gleiche Problem, was ich habe? Großartig. So spezifisch. Wer erntet Entei gerade mit Hyperball? Das kann ich, das könnte ich nicht, das könnte ich nicht. Ich musste mir einen Meisterball geben. Ich, das könnte ich nicht. Oh mein Gott, mit Hyperball. Ja, Schkel muss ich jetzt folgen nach dieser Meme. Das hat mich sehr persönlich angesprochen. Ein programmierter Mittelfinger. Imagine ein Nintendo-Mitarbeiter wusste, dass jemand so hunten würde und hat den so programmiert. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so. Aber ich denke mir auch oft solche Sachen. Ich finde, viele Spiele sind halt, vor allem halt so AAA-Spiele, sind halt für die breite Masse gemacht. Zum Beispiel, ein Beispiel, was mir da immer einfällt, ist sowas wie Red Dead Redemption. Red Dead Redemption ist super, also ist der zweite Teil vor allem, super realistisch. Aber der Realismus geht mir nach spätestens 20 Stunden sowas von auf den Sack. Weil ich will nicht jedes Mal, wenn ich ein Tier fange, jage, will ich nicht jedes Mal dabei zusehen, wie da eine Minute lang das Tier enthäutet. So, lass mich einfach Klick machen und dann ist zack, bumm, das Tier enthäutet. Oder ich will in ein Haus reingehen und einfach an allem vorbei rennen und der soll alles aufsammeln. Und nicht jedes Mal bückt er sich und nimmt es und so, was ist das? Ab in meine Tasche damit. Wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen? Keine Ahnung. Aber Realismus ist schön und gut und wenn Leute halt Vanilla einfach ein Spiel spielen und denken sich, oh, das ist so realistisch. Aber ich spiele Spiele meistens halt so, dass ich da 100% mache oder halt irgendeine Stelle grinde ohne Ende und dann geht's der Realismus so auf die Nerven. Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Ja, Entwickler machen solche Sachen extra, die mir auf die Nerven gehen. Aber ich glaube nicht, dass der NPC extra so ist. Du willst Shiny hunten hier einen NPC, der dir auf den Geist gehen wird. Vor allem, es ist nicht schlimm, wenn du nur mit einer Gamecube huntest. Das Problem ist, wenn du mit vier oder zwei Gamecube huntest, weil du willst halt diesen Weg gehen. Aber wenn auf einer Gamecube dieser Typ im Weg steht, kannst du halt nicht den Weg gehen, weil dann eine Gamecube bei dem hängen bleibt. Deswegen ist es ja sogar noch spezifischer, nur für Leute nervig, die mit vier, zwei, drei Gamecubes gleichzeitig hunten. Wenn du nur eine Gamecube hast, gehst du an dem einfach vorbei. Warte mal, Sword of the Demon King hätte gerne eine Pokefusion von 197 und 6. Was ist denn 197? Was ist denn 6? 6 ist Glurak. Okay, Glurak und 197 ist... Oh la la. Oh la la. Stell dir das mal in Shiny vor. Oh la la. Ein Glutara oder ein Nachtrack. Glutara? Oder Shadow Glurak? Oder, oder, oder... Moon Glurak? Eigentlich sehen... Es ist natürlich Nachtrack, aber diese Linien dazwischen wirken auch wie Proto-Graudon. Also diese gelben Linien wirken wie Proto-Kai-Oga, Proto-Protoglurak-Shadow. Proto-Shadow-Glurak. Ich sehe nicht, gegen was ich kämpfe. Ah, gute Attacke. Proto-Glurak. Ja. Murat. Murat. Gibt aber immer dann oft Spiele, die als Optionen anbieten, die aufnehmen, Animationen auszuschalten oder Auto-aufnehmen? Ja. Ich liebe es, wenn man einfach über Items läuft und dann einfach klickt und hat es Item. Das hat mich, glaube ich, an Witcher 3 auch so genervt, dass Geralt immer sich bücken musste bei jedem Item, was auf dem Boden liegt. Stimmt, Shiny Rayquaza oder Mega Rayquaza hat auch diese gelben Linien. Apropos Gamecube, deine Gamecubes sind ja gemoddet, aber um den Origin-Dex machen zu können, muss die nicht gemoddet sein, oder? Nö, 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 nö. Ich habe die nur gemoddet, damit ich einfach auf der sicheren Seite bin, weil das Problem... Warte, ich flüchte jetzt vor denen. Wobei? Noch ein Level. Weil meine Gamecube ist mehrmals abgestürzt, als ich Colosseum gespielt habe. Weil es wird halt... Es ist halt ein Laser, der eine CD liest. Und manchmal hat es dann so klick, klick, klick gemacht und dann war auf einmal der Ladebildschirm ist nicht verschwunden. Und allein bei der Shiny Hunt von Entei gehe ich ja... Ich weiß nicht... Der Start von einem Kampf ist sicher auch ein Ladebildschirm. Also jedes Mal gehe ich mindestens durch zwei Ladebildschirme durch. Und jedes Mal da gab es halt das Problem, dass sie sich vielleicht aufhängt. Weil es ist halt einfach ein Laser, der eine CD liest. Und da dachte ich mir, komm, ich will... Ich will nicht Angst haben, dass wenn ich das Shiny finde, zack, hängt sich das Ding auf. Weil ich muss, nachdem ich das Shiny Entei habe, den Kampf beenden. Was nicht schlimm ist, weil ich kann sterben. Aber trotzdem, ich muss den Kampf beenden und dann zu so einer Station und dort manuell speichern. Wenn auf dem Weg die Gamecube einfach abstürzt, ich würde mir nie verzeihen. Und dann habe ich gedacht, okay, komm. Modde ich die, scheint nicht so schwer zu sein. Dann kann ich Colosseum auf die SD-Karte tun. Dadurch lädt Colosseum auch schneller. Ich habe ein Backup-Safe, falls irgendwas schiefläuft oder sowas. Und sie ist seitdem nie abgestürzt, die Gamecube. Und ich habe einfach keine Angst, dass sie abstürzt. Und sie ist auch leiser, weil das CD-Laufwerk, das macht halt... Wir sind gerade in einem Kampf, ne? Ja. Gemordete alte Konsolen sind heutzutage so wichtig. Es ist halt einfach angenehm. Man muss keine Angst haben, dass irgendwas verloren geht. Warum willst du auch machen, Eva? Ich kann dir helfen. Es ist... Gamecube-Modden ist eigentlich super einfach. Aber wenn du das erste Mal mit null Ahnung das versuchst, bist, ist man sehr überfordert. Weil es gibt drei verschiedene Wege, aber nicht jeder Weg ist der gleiche. Du kannst nicht jeden Weg machen. Je nachdem, ne? Aber vor allem, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, dann warte einfach, bis bald kommt ein neuer Mod raus, der das Ganze ultra einfach macht. Und es kostet nicht mal so viel. 20, 30 Euro oder sowas soll es bloß kosten. Da steckst du einfach ein gewisses Teil an Technik zwischen zwei Kontakte von der Gamecube und zack, bumm, ist sie gemoddet. Sowas Einfaches habe ich noch nie gesehen. Ich meine, du brauchst einen Schraubenzieher. Aber eigentlich sollte der Mod im ersten Quartal rauskommen. Auf einmal kommt ein Nintendo-Mitarbeiter mit Anwalt vor deine Tür. Das ist gegen unsere TS. In Amerika, äh, in Japan wäre das gegen die TS. Also gegen die, gegen das japanische Gesetz, eine Konsole zu modden, ja. Deswegen, ursprünglich war ja dieses DS-Modding, also dass du ein DS hast mit Capture Card, hat man ja in Japan machen lassen. Und dieser Mensch, der es gemacht hat, durfte es dann nicht mehr machen, weil Japan das Gesetz gebracht hat, du darfst Konsolen nicht modden. Was eine Unverschämtheit ist, weil wenn ich was kaufe, dann gehört es mir und dann soll ich damit machen, was ich will. Aber Japan verbietet es. In Japan darfst du anscheinend keine Playstation aufschrauben und einen Chip reinmachen, der die Playstation schneller macht oder leiser macht oder sowas. Deswegen musste der aufhören. Aber zum Glück gibt es eben auch den deutschen Murky Shop, der immer noch DS moddet. Das ist ein echter Kampf, ja. Aber in Europa und in Amerika ist das Modden von Konsolen noch und sollte auch so bleiben. Legal. Das lief nicht so gut. Aber unser EFUSERB hat lange durchgehalten. Schalk war bloß. Ich habe jetzt zwei New 3DS XL, beide sind mit einer CFW ausgestattet, meine PS3 ist ebenfalls mit einer CFW ausgestattet. PS3 habe ich auch eine gemoddete, ja. Aber die benutze ich nicht mehr. Aufgrund deiner Videos bin ich auch auf Shiny-Jagd, danke dafür. Sven's on. Der Sohn von Sven. Äh. Was shiny hattest du? Schraubendreher, nicht zieher. Reh. Reh. Äh, Schraubenzieher, Schraubendreher. I don't care. Schraubenzieher. Ich meine, du ziehst die Schraube raus, indem du sie drehst. Was ist denn da ein Schraubenzieher so falsch? Ich wette, Schraubenzieher steht im Duden. Ich weiß, der Duden ist einfach nur etwas, was die Menschheit... Ja, trotzdem. Duden, Schraub... Schrauben... Zieher. Schraubenzieher. Substantiv. Maskulin. Der Schraubenzieher. Werkzeug, das aus einem vorne spatelförmig abgeflachten stählernen Stift mit Handgriff besteht und zum Anziehen und Lockern von Schrauben mit geschlitztem Kopf dient. Schraubendreher. Moment, das heißt, wenn du Philips... Heißt es Philips? Keine Ahnung. Wenn du Kreuz machst, ist es kein Schraubenzieher. Weil hier steht nur... Hier steht... Es ist eine Schraube, die einen Schlitz hat. Heißt es Kreuz, ist kein Schraubenzieher? Shiny hat jetzt gerade Xerneas in Pokémon X. Darf ich fragen, wie du das machst? Also es ist vollkommen okay, dass du das machst. Aber ich hoffe, du weißt, dass Xerneas Shiny lockt ist in Pokémon X. Und... Deswegen entweder du weißt das nicht und ich habe gerade deine Welt zerstört oder du benutzt ein Mod, womit Xerneas nicht Shiny lockt ist. Bitte sag zweiteres. Kann man bei deiner Verteilung am ersten auch mitmachen, wenn man SM hat oder braucht man USUM? Du brauchst Ultrasonne und Ultramond, es tut mir leid, weil das Wuffels existiert nur in Ultrasonne und Ultramond. Ich habe selber probiert, das Pokémon zu übertragen auf meinen Sonne und Mond, weil das wäre auch für mich einfacher gewesen. Aber es geht nicht. Sonne und Mond sagt da, no, das existiert nicht, weil Wuffels mit Tempomacher existiert nicht in Sonne und Mond. Es geht nicht. Genau, in Mirica ist es ein Phillips-Head. Ja, wir sagen Schlitz und Kreuz, Amerika sagt Phillip und... das andere. Weil ich glaube, Phillips war einfach die Marke, die als erstes Schrauben gemacht hat mit X drin. Na toll, und ich bin bereits bei 2017 Encounter. Bist du ernsthaft? Hast du ernsthaft der Xerneas resettet? Jeffree, Jeffree. Guck hier, guck hier, guck hier. Immer gucken, immer sowas gucken wie hier. Schau mal, Seribi. Seribi hier, Shinies, Shiny. Shiny-Artikel von Seribi. Da gehst du hier runter, hier geschenkte Shinies, und dann steht hier Unabellable Shiny Pokémon insgesamt. Okay, okay, okay. Shiny Lox, Shiny Lox, Shiny Lox. Gen 5, Victini, Reshiram, Zekrom. Können nicht Shiny sein. Schwarz-Weiß 2, Reshiram, Zekrom. Können nicht Shiny sein. Pokémon XY, Xerneas, Ivetal, Sigat, Mewtwo, Drei Vögel. Können nicht Shiny sein. Immer nachgucken. Seit Gen 5 sind die meisten legendären in Spielen Shiny-Locked. Es gibt ein Mod, den du auf dein Gameboy draufladen kannst, aufs Spiel laden kannst, womit die Shiny Lox aufgelöst werden, wenn du das machen möchtest. Ansonsten Xerneas kriegst du nur wahrscheinlich in Ultra-Pforten, in Warplöchern, aber vor allem in Schwert und Schild. Ei, 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 ei. Hast du wirklich 2000 Resets? Dann sind wir froh, dass du heute hierher gekommen bist, um uns das zu sagen. Bin am Shiny Arceus Reset, den strahlender Diamant. Viel Erfolg, viel Erfolg. Ich hatte da extrem Glück. Mein Arceus ist bei 200 gekommen, ungefähr. Bei den Wuffels geht es nur um die versteckte Fähigkeit, genau. Wenn du ein Wuffels hast mit Tempomacher, nur dann entwickelt es sich zur Zwielichtform. Und ja, wenn du halt ein Wuffels oder ein Volverock in der Zwielichtform haben willst, in Gen 7, also klar kannst du Gen 8, Gen 9, kriegst du Wuffels auch her. Aber wenn du eins in Gen 7 haben willst, brauchst du dieses Wuffels. Es gibt kein anderes. Warum mache ich Steinwurf? Ich habe fast alles aus Karmesina und Legenden Arceus zusammen. Es fehlen nur noch die Pupu-Exklusiven und Legis aus Schwert und Schild. Aber das ist ja nix mehr. Aber das Sekrom kann gar nicht sein. Ich habe es damals in Shiny bekommen in Pokémon Weiß im Jahr 2018. Ne, Sekrom war nicht auf der Liste. Sekrom. Also Sekrom kann ist auch Shiny Locked. Sekrom ist Shiny Locked. Kyurem ist nicht Shiny Locked. Oder redest du immer noch von X? Das weiß ich gerade jetzt nicht mehr. Das weiß ich jetzt nicht mehr. In Schwarz-Weiß ist Sekrom und Reshiram Shiny Locked. Kyurem nicht. Kyurem haben sie vergessen. Kannst du den bitte killen? Kyurem. Hallo Toni. Ich bin aufgrund der Videos zum Beispiel auf den Trichter mit dem Origin Decks gekommen. Das macht einfach unheimlich Spaß. So sieht man die ganzen Spiele einfach alle nochmal wieder. Und hat eine gute Zeit. Im Übrigen möchte ich auch die unheimlich gute Qualität deiner Videos loben. Man kann denen wirklich sehr gut folgen und die ruhige Art in den Videos ist einfach ansteckend. Dankeschön. Die ruhige Art ist ansteckend. Er ist so ruhig. Ich muss auch ruhig sein. Ich finde tatsächlich dass ich in meinen Videos definitiv unruhiger bin als hier. Weil ich bin also in den YouTube Videos mache ich ja extra ein bisschen. Und heute versuche ich das und das zu machen. Na 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 na. Aber hier bin ich so wie ich bin. Fluss Gorgon. Du bist ein Plussel. Pl Fluss Oder? Ja. Plussel. Bei den Videos merkt ihr aber nicht wie ihr uns im Stream durch den Kakao zieht. Nur wenn ihr es verdient habt. Nein. In Pokémon Weiß habe ich es damals gehunted und es kam in Shiny bei 8192. Das kann nicht sein, Jeffrey. Es tut mir leid. Da vertust du dich in den Spielen oder du hattest tatsächlich ein Shiny Unlock Mod auf Schwarz-Weiß drauf. Vielleicht meinst du Q-Ram. Aber Zekrom und Reshiram sind Shiny lockt in Schwarz-Weiß. Dagegen kannst du nichts machen. Du musst hast du irgendwas falsch in Erinnerung oder du redest von was anderem. Ähm, ich bin langsam hier auf... Ich fange jetzt an zu flüchten, ey. Ich hätte mit allem gerechnet, aber ein Livestream ist ja mal mega korrekt. CK. Ich bin so gut wie jeden Tag live auf Twitch. Ich muss aus diesem Wald raus. Ich darf auf Home jetzt knapp vier. Was? Ihr beendet heute irgendwie eure Sätze nicht. Was? Was? Lasse. Ich darf auf Home jetzt knapp vier. Perfekt, die Nachricht war dann noch nicht fertig. Darfst nicht Enter drücken. Komme ich hier irgendwie raus? Was ist denn mein E4Zap inzwischen? Das Level steht nicht da, wenn man besiegt ist. Switch ist nicht so meine Plattform und genau für Leute wie dich gehe ich während Gen 5 auch auf YouTube live. Um es dir schmackhaft zu machen. Vielleicht machen wir dir Switch ein bisschen schmackhaft dadurch. Switch ist eine tolle Plattform. Komm, dich fange ich jetzt. Ich will einfach sterben, wobei ich habe inzwischen Geld. Ich darf knapp 400 Pokémon neu fangen, weil sich das mit dem nun männlich durch deine Videos eingetrichtert hat, neu fangen, sonst wäre ich weiterhin unzufrieden. Immer am allem bin ich schuld, ey. Ich will doch nur Ordnung. Du musst nicht nur Männchen haben. Du musst kein Schniedeldecks machen wie ich. Aber du willst. Ich habe die Weiß damals gebraucht gekauft. Kann sein, dass Sacrum deswegen nicht shiny look war. Das fände ich aber krass, wenn du gebrauchtes Weiß kaufst und da ist ein Mod drauf. Weil eigentlich ist glaube ich der Mod nicht also dann hast du halt ein Fake Weiß gekauft, wo ein Mod drauf ist. Das ist aber auch komisch. Ich meine, hast du das noch? Hast du noch das Weiß, wo du nachschauen kannst, ob du wirklich und vor allem hast du damals ernsthaft in Gen 5 geschein hunted? Oder kam das beim allerersten Versuch Kyrim, äh, Sacrum zu fangen? Außer die, weiblich aussehen, weil Mammolida ist zum Beispiel nicht männlich für mich. Ah, das fängst du dann in weiblich. Hallo Deiske. Nee, bei mir geht es da überhaupt nicht um Präferenz. Mir wäre das vollkommen egal, ob es männlich oder weiblich ist ein Pokémon. Mir geht es wirklich nur darum, dass so viel Ordnung wie nur geht. Die schönste Ordnung wäre noch, wenn jedes Pokémon auf Level 1 wäre oder auf Level 100 Level 1 wäre cooler, aber das geht nicht. Aber ich glaube, ich werde mir das nicht antun, jedes Pokémon irgendwann auf Level 100 zu bringen. Es ist halt einfach ein Schritt mehr an Perfektion dran, wenn du halt auch noch die Geschlechter ordnest. Und ich mag Schniedel. Hallo Mella. Hallo Zyklop. Ein Vieräugiger Zyklop. Das ist ein Paradox. Ist der Stream auch auf Twitch? Yes. Komm auf unsere Seite. Twitch ist cooler. Level 1 geht aber leider nur durch Go. Ja und selbst da. Musst du so lange suchen. Kannst du attackieren? Oh mein Gott. Hallo Jamaising. Hast du nur Originalspiele für dein Dex Project oder auch roms zum Beispiel auf Model DS? Was überlegen? Bisher habe ich nur Originale benutzt. Oder? Ja. Ja, ich habe bisher nur Originale benutzt. Das werden wir oh Gott Okay, ich wollte ja sterben. bist du auf Twitch geblockt? Wie, du bist auf Twitch geblockt? Von mir oder von Twitch selber? Okay, auf Wiedersehen. Moment, lass Jeffrey es sagen, warum. Kann auch sein, dass Twitch ihn geblockt hat. Wurde bei mir geblockt? Das war sehr dumm, dass du das gesagt hast, weil dann müssen wir dich jetzt hier auch blocken. Well, well, well. Warte, Jeffrey, warte doch nicht, helfen Sie noch nicht. Das passiert so häufig zur Zeit. Äh, warum habe ich dich geblockt? Sag nicht du weißt, er kann sich mal eine Attacke machen. Bösschen weiß zwei alle Pokémon mit den OT entfangen? Nein, warum? Ich will meine OT. Hallo King Mela. Immerhin ehrlich, ja. Ist es besser scheinlich Ho-Oh in BDSP oder Schwert Schild zu handen? Ich meine, mach da, wo du mehr Spaß hast, es zu handen. Ein Schwert und Schild hast du halt Wahrscheinlichkeit mit 1 zu 100 im besten Fall. Ein Ho-Oh zu finden in den Abenteuer Raids im BDSP ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 4000 im Hamane Zoo Park. Aber wenn du lieber BDSP magst, mach es da. Wenn du lieber Abenteuer Raids machst, dann machst du es in Schild und Schild. Ah, der lässt doch. Die sind schon besonders End-Pokémon zu haben. Bisher checke ich noch nicht, was ihr wirklich meint mit End-Pokémon durchgespielt. Aber ich weiß nicht, wie viele das sind und welche das sind. Aber ja, wenn die cool sind, dann versuche ich jedes End-Pokémon einmal zu fangen. Ich glaube, weil ich damals gesagt habe, dass es mega leicht ist, die Raubkatzen zu fangen und war dann am nächsten Tag geblockt. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, Jeffrey, dass das der Grund war. Wir können Jeffrey auf YouTube eine zweite Chance geben. Dann schauen wir mal. Dank dir bin ich auch ständig am Shiny Hunten und mein Pile of Shame wird immer größer. Hey, bis Gen 10 hast du Zeit. Bis dahin wird es wahrscheinlich keine neuen Pokémon geben. Oder bis wahrscheinlich Legends Zahra. Ich habe gesagt, dass Legends schlecht ist. Bin ich dann morgen auch geblockt? Nein! Hat Daniel fünf Mitgliedschaften rausgehauen auf YouTube? Daniel! Dankeschön! Dankeschön für fünf Members. Ich sehe das leider nicht. Aber Happens hat es gesehen. Dankeschön. Warte mal, ich könnte hier gucken, da sehe ich es, oder? Fünf! Bam! Nice. Okay, ich muss mich mal hier jetzt konzentrieren. Shiny hunting kann auch echt einen zur Weißglut bringen. Mein Shaman in BDSP kam nach 35 Resets und Dark rein nach 20.000. Du hast dir halt so krass viel Glück bei Shaman gehabt, dass du danach nur Pech haben kannst. Irgendwie gleicht es immer aus. Ich habe ja ein großes Video von mir wird irgendwann sein, ich habe 100.000 Eier ausgebrütet. Ich bin so bei 7.000 inzwischen und bei 7.000 Eiern schon bin ich im Moment bei so ziemlich exakt 1 zu 500. Also der Schnitt manchmal kam Ei im vierten Ei, manchmal kam Ei bei 200 Eiern. Also Shiny. Manchmal kam Shiny erst nach 3.000 Eiern. Manchmal kam Shiny erst nach 2.000 Manchmal nach 100. Aber im Schnitt waren es immer am Ende sind es immer um die 1 zu 500. Das will ich mit dem Video beweisen, dass wenn ich 100.000 Eier ausbrüte, wird es wahrscheinlich so ziemlich exakt 1 zu 512 sein, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Shinies gekriegt habe. Die Rate quasi. Tiny, du bist ein Purmel. Purmel. Und mein lieber Uwe, vielen vielen Dank für 44 Monate. Unser Architekt ist da. Uwe, vielen vielen Dank. War das der Pokémon gebrütet? Ne, ne, ich weg. Wenn ich das Shiny habe, dann wechsle ich zum nächsten, natürlich. Ihr könnt die Tabelle einsehen, die ist auf Discord unter Projekten. Das ist eine Excel-Tabelle, da seht ihr die Eier, die ich gebrütet habe, wann das Shiny kam, äh, und so weiter, der Schnitt, ist alles niedergeschrieben. Aber wenn du das sagst, stirbt etwas in mir. Es ist doch nur ein Insider, da sollst nicht sterben. Ich bin nur am verrecken hier, weil ich auch null aufpasse. Du lernst für die Umweltbiotechnik Klausur. Aua. Wen haben wir denn hier, den Raider von Montag? Chaotix! Hallo. Aber dich habe ich nicht geradet. Aber du warst da, oder wie? Warst du da? Ich meine, gestern war Montag, oder? Ja, heute ist Dienstag. Bloodrose, das hatten wir heute schon mal. Kommt selten vor, du bist auch ein Krabbox. Haben wir jetzt eigentlich schon alle Ferien? Was sind Ferien? Ich habe den Don überfallen, ja, genau. Wer hat Don gestern empfohlen? Ich habe gesagt, wen soll mal raiden, hat jemand Don gesagt. Wer war das von euch? Bist du da? Also bitte melde dich. Deiske war's. Oh, Deiske ist schuld. Aminimi, hallo, du bist ein Bibor. auf YouTube kommt by the way, keine Antwort. Darf ich? Doch, er hat doch geantwortet. Was meinst du? Ich habe doch gesagt, wir geben ihm auf YouTube eine Chance. Ich weiß nicht mehr, warum wir ihn damals gebannt haben. In der Regel, wenn ich Leute banne, ist es einfach nur, ja, das sind keine triftigen Gründe, ich weiß. Aber ich bin einfach der Meinung, dass es mein Stream und wenn hier jemand ist, der mich nervt, vollkommen egal weswegen, dann muss die Person nicht hier sein. Wenn ich genervt bin, wenn jemand schreibt, dann kann ich die Person einfach rauskicken. Ich muss Leute nicht ertragen, nur weil ich in der Öffentlichkeit streame. Deswegen oft sind es lapidare Gründe. Ich banne nicht random. Wenn jemand mich einfach nervt und die Sache ist die, das klingt jetzt vielleicht abgehoben oder sowas, aber wenn man fünf Jahre lang streamt, hat man nach einer Zeit ein bisschen raus, wer wie tickt. Und bisher ist es immer so, also es passiert sehr oft, dass manche Leute schreiben was und ich weiß, okay, du bist in zwei Stunden gebannt. Ich weiß, das ist dann im Vornherein vielleicht schon voreingenommen. Das ist auch gemein, das ist super schwierig, psychisch das irgendwie auszuschalten oder so, Menschen nicht direkt zu verurteilen oder sowas. Aber oft merkst du einfach, wie Leute schreiben, dass es zum Beispiel sehr junge Menschen sind, Kinder sind und sowas. Und ich komme einfach nicht darauf klar, wie Kinder kommunizieren. Das ist sehr anstrengend für mich. Weißt du, in Versalien, dann schreien sie und dann kommt alle fünf Minuten die gleiche Nachricht, weil du nicht sofort darauf reagierst. Und wenn du sowas ein paar Mal machst, ich weiß, ich werde die Person nicht ändern können, ich will die Person nicht ändern, ich muss die Person nicht ändern, ich muss der Person nicht erklären, hey, das ist das und das und dann einfach weg, weil ich weiß, nach fünf Jahren Stream, die Person wird sich nicht ändern, soll sie nicht ändern, soll sich nicht anpassen an meinen Stream, warum auch. Aber ich bin so genervt von der Person und dann muss diese Person halt einfach weg. Weil ich habe am Anfang Leuten versucht zu erklären, hey, das nervt, das ist komisch, wenn du so bist, banne ich dich nicht, aber warum soll ich denn Leute ändern? Äh, Lucy, du bist ein Voltilam. Und die nächste Sache ist, es hat nie funktioniert. Also dann sind es irgendwie 14, 15-Jährige und dann sagst du denen, hey, so, das Schreiben ist komisch. Du sorgst dafür, dass ich genervt bin oder sorgst dafür, dass es peinlich ist, cringe ist und ich so, oh. Und dann erklärst du das, die verstehen es nicht, natürlich nicht, warum auch. Und dann, sind sie am nächsten Tag wieder da, machen irgendwas anderes komisches und dann so. Also ich kann doch nicht meinen Tag damit verbringen, Leuten zu erklären, warum ich sie nicht mag. Und so ist es halt meistens, Leute schreiben was und ich merke sofort, okay, du bist eine von den Personen, die einfach nicht hierher passen und die müssen auch nicht hierher passen. Deswegen, aus dem Grund habe ich dich wahrscheinlich gebannt auf Twitch, weil du einfach seltsam warst. Und das ist okay, du kannst seltsam sein, es gibt Streams da draußen, da kannst du genauso sein wie du bist und du wirst anerkannt und du bist geliebt und du bist ein Teil der Community. Du kannst nicht überall reinpassen, das geht halt nicht. Ich glaube aber, dass die Zuschauer hier eher älter sind. Ja, die meisten Zuschauer, die älter sind, die sind auch hier immer gern gesehen und sie sind auch meistens nicht seltsam. Es sind wirklich meistens eher jüngere Leute, die halt einfach nicht hierher passen. JJ, du bist ein Kamehaps. die Ü30-Army, genau. Damals hat er mich noch gebannt, weil ich nicht schlafen gegangen bin. Ja, Happiness hat bei einem anderen Streamer 24 Stunden mitgemacht und dann habe ich gestreamt und er war immer noch hier. Und dann sind irgendwie 50 Stunden vergangen, da habe ich gesagt, geh jetzt ins Bett und dann habe ich ihn gebannt. Was soll ich denn machen, wenn du nicht ins Bett gehst? Jetzt fühle ich mich angesprochen. Ihr müsst euch nicht angesprochen fühlen. Also, aussehen, tut's. Ich wollte gerade widersprechen, aber leider inzwischen selbst Ü30. KampfToast, du bist ein Shiny Mandrogas, oder wie es heißt, Mandoras. Mandrogas. King Mela, ich habe den DNS-Quitch gemacht und mir die ganzen Shinys gewollt, dank deiner Hilfe. Um die auf Frauenbank zu bekommen, muss ich Pokémon Schwarz durchspielen, auch mit Gag und 3DS gibt es keine andere Möglichkeit, oder? Ich meine, cheaten kannst du immer. Du kannst einfach Pokémon mit PK-Hex oder P-K-SM einfach alles rüber kopieren, quasi. Aber nein. Wenn du es legit machen willst, dann musst du schwarz-weiß den nationalen Decks haben und dann kannst du zum zur Trade-Station und kannst dann dort die Pokémon empfangen aus Gen 4. Warte noch da, müssen wir noch da. Moment, nee, ich muss hoch. Ah, Mann. Gut, dass ich erst 26 bin. mit 35 wirkt 26 tatsächlich so jung. Glaubst du, aber fühlt sich an wie dreimal schlafen, dann ist es soweit. also brauche ich, ich weiß nicht, was du meinst, du kannst Shiny Xerneas in Pokémon XY nicht bekommen. außer du moddest das Spiel. Äh, hier. Da war ich dann hier und dann hier bin ich gestorben. Okay. Zocker aktuell auch schwarz 2, dachte man, das ist eine Erweiterung, aber das ist ja echt eine Fortsetzung. ja, du musst, also musst nicht, aber schwarz-weiß-1 davor sollte man spielen. Aber die Fortsetzung habe ich sogar noch nie gespielt. Also ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich habe auch schwarz komplett vergessen. Hast du schon mal 24 Stunden Stream gemacht? Ja, schon, äh, viermal, oder? Viertmal waren es 21 Stunden. Also ich hatte gesagt, ich spiele jedes 3D Mario durch in 24 Stunden. Und ich war nach 21 Stunden fertig und dann habe ich halt aufgehört. Äh, davor habe ich dreimal, war dreimal, oder? Bester Horror Pokémon, ja. Äh, dreimal 36 Stunden Stream gemacht. Weil 24 Stunden hat mir immer nicht gefallen, weil dann kommst du aus dem Rhythmus raus und 36 Stunden sorgt dafür, dass du im Rhythmus bleibst. Weil bei 36 Stunden cancelst du einfach einen Schlaf, aber du bleibst im Rhythmus, weil du stehst auf, streamst, skippst einen Schlaf, streamst und dann hörst du auf zu streamen und gehst schlafen. Und du hast einfach nur einen Tag ausgesetzt. 36 Stunden war nur Gen 8. Ne, bei Horror habe ich auch 6, 3 Stunden gestreamt, aber da warst du noch nicht hier. Wenn man sich mal überlegt, dass man als Kind mit der Roten angefangen hat zu spielen, fühlt man sich jetzt gerade irgendwie alt. Ja, und es gibt so viele Leute, was ja auch gut ist, was ja auch normal ist, ne? So funktioniert Zeit. Aber ich habe schon Leute hier erlebt, auch Leute, mit denen ich mich nicht sofort gut verstanden habe, die sowas sagen wie Sonne und Mond, ah, gute alte Zeiten, meine Kindheit, mein erstes Pokémon-Spiel. Und ich denke mir so, oh mein Gott, Sonne und Mond, dein erstes Pokémon-Spiel, deine Kindheit? Oh mein Gott, was? Vor allem, wie kann man von Kindheit reden, wenn man von Sonne und Mond redet? So sind quasi, also es ist ja auch logisch, ne? 16-Jährige, die von ihrer Kindheit reden, wo ich mir denke, du bist 16, du bist ein Kind, ah! Aber wenn ein 16-Jähriger von seiner Kindheit redet, dann, ja, dann redet man halt von, als man zwölf war. Aber es ist alles, man, ich, mein Gehirn kann es auch nicht verstehen. Ich finde im Internet einfach keinen originalen New 3DS-Stift, das kann doch nicht sein. Musst du unbedingt einen Originalen haben? Ich bin einer der sieben Weisen von Team Plasma. Jesus gehört ebenfalls zu unserer Vereinigung und setzt sich redegewandt für die Befragung der Pokémon ein. Der Rest der sieben Weisen gibt Team Plasma den Befehl, den Leuten die Pokémon wegzunehmen. Aber wie ich sehe, stehen unsere Chancen im Moment schlecht. Arti mit seinen Kiffer-Pokémon und Alur mit ihren Pokémon vom Typ normal. Wie hat es ein weiser Mann vor langer Zeit noch gleich so treffend formuliert, wenn du den Feind und dich selbst kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Wir ziehen uns erstmal taktisch zurück, aber seid gewarnt. Um die Pokémon zu befreien, nehmen wir sie den Trainern weg. Ihr mögt zur Arena-Leiter sein, dennoch werden wir keine weiteren Störungen dulden. Eines Tages werden wir die heutige Angelegenheit miteinander klären müssen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Verstehe ich die Story richtig? Es gibt Team Plasma, deren Aufgabe ist, die Pokémon zu befreien. Die gehen davon aus, dass alle Menschen Pokémon quasi versklavt haben. Und jetzt nehmen sie uns die Pokémon weg, so wie Team Rocket. Nur, dass sie sie halt nicht verkaufen oder Experimente machen, sondern um sie zu befreien. Das hat so ein zugesagt. Wirklich? Der Kriegsmensch? Auf der anderen Seite benutze ich aktuell alles mögliche als Stiftersatz. Ich habe so ein, als ich den DS hier gekauft habe, war da sowas dran. Sowas. Ich habe es aber noch nie getestet. Aber ich glaube, beim 3DS ist der Bildschirm noch anders. Da ist das nicht allein Druck, sondern vielleicht noch irgend so ein magnetisches oder elektrisches Signal. Jetzt ist die Musik cool hier drin. Thomas Eder, hi. Als ich 13, 2013 dort lebte, bin ich immer an einen der Fade Street gegangen. Äh, vielleicht meinst du den, da war ich schon mal Rage? Meinst du Rage? So R.A.G.E. Rage, Retro, ich glaube, wie ist der Rage? Ja, Rage. Der ist umgezogen. Ich glaube, der war, wo du sagst. Weil das ist der einzige Retro-Laden, der existiert in Dublin. Weißt du noch, war das Rage? Äh, das ist aber hauptsächlich ein Plattenladen. Und die Spiele, die die da haben, sind echt, ja, nichts Besonderes. Und sackenteuer. Wir sind durch. Spricht für dich, wenn du Leute bannst und sie dir noch auf anderen Plattformen folgen, so viel kann der Streamer doch gar nicht falsch gemacht haben. Das verstehe ich halt eben auch nicht. So, wenn ich, weiß nicht. Ich habe halt aber auch, ich bin ein Mensch, der nicht wirklich, also ich chatte zum Beispiel in anderen Streams nicht. Ich bin ein riesiger Lurker, ich, 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 ich chatte nie in anderen Streams. Ähm. Und ich habe schon Streamer, wo ich so eine, so eine Fake-Freundschaft quasi drin habe in mir. So, ich kenne die Person nicht, aber trotzdem fühle ich mich irgendwie zu der Person verbunden. Übrigens hier, nice. Brooklyn Bridge, oder? Soll es Brooklyn Bridge sein oder die Los Angeles Golden Bridge? Ist das hier New York? Es soll doch New York sein, oder? Ja, das ist New York. Den meinte ich. Den kenne ich, den kenne ich. Aber das ist echt nicht so der Banger, was sie alles haben. Münchener Bahnhofsbrücke. I doubt it. Mit den Wäldern in Gen 4 und 5 kommt man so oft durcheinander. Ist schon eine interessante Namenswahl. Ewig Wald und ewigen Wald. Ich dachte mir, das ist doch ein bisschen ähnlich. Okay, was haben wir hier? Hier ist die Grafik echt komisch. So richtig weit weg und richtig krass verpixelt und dann kommt so ein bisschen 3D mit rein. Auf jeden Fall, äh, ich habe auch schon so Streamer, wo ich irgendwie so eine Fake-Freundschaft gefühlt habe, wo ich mir denke, oh, wenn der mich kennenlernen würde, dann wären wir Freunde und sowas. Weil es halt so, wie sagt man, und aber ich schreibe trotzdem nicht in deren Chats rein. Ich konsumiere einfach den Content von denen ohne Ende. Aber ich bin jetzt keiner, der jetzt in Chats reinschreiben muss. Ähm, deswegen, ich schreibe nie rein, deswegen die Chance, dass ich irgendwo gebannt werde, ist null. Ich wurde noch nie irgendwo getimeoutet oder gebannt. Aber die Chance ist halt auch so gering, weil ich nie irgendwo schreibe. Sehr, 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 sehr selten. Ähm, ich kann halt nicht nachvollziehen, wenn mich ein Streamer bannen würde, dann würde ich entweder den Content einfach weiter konsumieren, ohne in den Chat schreiben zu können, weil du kannst ja immer noch den Stream anschauen. Ich habe das zum Beispiel nicht angestellt, also inzwischen hat Twitch das eingeführt, dass man Leute daran hindern kann. Also wenn jemand geblockt ist, dann kannst du den Stream auch nicht mehr anschauen. Was cool ist, weil es gibt halt echt Creeps, bei denen willst du nicht, dass sie dir zuschauen können. Aber ich habe keinen Grund, wo sollen halt die Leute weiterschauen. Das meine ich halt, du kannst ja, wenn ich dich banne, du kannst immer noch meinen Stream anschauen. Du kannst halt nur nicht mehr schreiben. Warum kann man nicht einfach sagen, okay, fuck, der Streamer mag mich nicht, ich passe da nicht rein, tschüss. Deswegen, ich bin fasziniert, wenn Leute dann, und das ist, beweist leider auch dann so für mich, so ich habe die richtige Entscheidung getroffen, wenn jemand dann, ich habe dann Leute, die mir auf Instagram dann schreiben, auf Twitter schreiben, auf Discord schreiben und überall fragen, warum ich, warum sie gebannt sind und hier den Antrag stellen und das. Und ich kann einfach nur sagen immer, du hast mich genervt, du passt nicht zu mir, du passt nicht zu meinem Kanal, das ist wahr, das ist fertig. Und die wollen das nicht akzeptieren und das ist für mich dann Grund genug, um zu sagen, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Du bist eindeutig jemand, der das einfach nicht nachvollziehen kann. Ist das die Arena? Ist am Entwicklungsstein vorbeigelaufen? Wo, 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 wo? Okay, wir können hier Artie besiegen. Was hat der? Der sah aus wie ein Käfer oder Pokémon Trainer. Danke, Danu. Bye, bye. Ich soll warten. Artie lässt auf sich warten. Okay. Ich gehe zum Prime Pier. Wo, wo ist Entwicklungsstein? Wasser für Soda Cheetah. Hier gibt es den EP-Teiler. Genau. Nur wo? In irgendeinem Passantenumfrage-Komitee. Nee. Ganz vorne der eine PC, den du nicht angesprochen hast. Okay. Der Kampf-AG. Okay, warte, das war falsch. Eins weiter. Auf Kanälen geltet immer noch das Hausrecht. Jeder Creator kann vollkommen frei entscheiden, wer in seinem virtuellen Wohnzimmer eingeladen ist und wer nicht. Eben. Und wenn jemand sich neben mich setzt und mich zulabert mit Sachen, die mich nerven und mich die ganze Zeit anstobst, Leo, 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 dann ich kann nicht aufstehen und weggehen. In Wirklichkeit würde ich aufstehen und weggehen, kann ich aber nicht machen. Ich muss dafür sorgen, dass du aufstehst und weggehst. Werder? Veggie-Mark, Grill-Mark und Sodamark. Welches Pokken soll ich? Nein, 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 nein. Sodamark. Oder ist es taktisch besser, was anderes zu nehmen? Sodamark. Was glaubst du, welches Pokémon in dieser Gen das anstrengendste für deinen Origin-Dex wird? Ich weiß es noch nicht. Mir fällt keins ein, was schwer wird, außer die Legis im Pokéball fangen. Das kann immer schwer werden. Aber das sind... Also die Roamer, glaube ich, werden nicht schwer, weil ich schätze mal, dass sie auf der Karte angezeigt werden. Wobei, ich habe immer noch nicht wirklich eine gute Karte. Ähm... Oh, hat jemand Aufstehen eingesetzt? Für ewig, Herrgott, diese Cynthia immer. Cynthia, du nervst. Äh... Ich meine, was glaubt ihr, was hier das schwerste Pokémon wird? Also wahrscheinlich auf dem Blatt Papier ist es Zorroa und Zorroark, weil die erscheinen nur, wenn man ein bestimmtes Event macht. Du stehst mit mir. Aber die Events an sich sind nicht schwer herbeizubekriegen, durch den DNS-Clitch zum Beispiel. Deswegen... Aber das wäre eigentlich das schwerste, Zorroa und Zorroark zu kriegen. Aber genau genommen kann man die halt auch in Schwarz-Weiß 2 normal fangen. Hallo, Trunks. Weiß ich nicht, Tennis. Habe ich mich noch nicht informiert, wie Keldeo funktioniert. Ich weiß erst immer alles, wenn wir durch sind. Währenddessen weiß ich noch nichts. Hamke, du wischst ein Kokon. On Maori Racing. Du bist ein Shiny Dodri. Also mir fällt, es kann sein, dass irgendwo es sackenschwer sein wird, einen 1% Mon in der Wildnis zu finden oder sowas. Ich glaube zum Beispiel Zappladin ist 2%. Aber mei, dann läuft man halt hin und her, bis es endlich kommt. Und ich hole mir noch einen Pico-Chiller. Das hat Schambolzen. Dann sollte das schon mal einfacher sein. So, hier ist die Kampfer-G. Wie sieht denn jetzt dieses Soda-Cheater aus? Ist das jetzt so ultra stark? Aber ich will eigentlich Schallquab. Weil Branawatz ist, glaube ich, besser. Gibt es eigentlich einen Trick, um in Gen 2 die Raubkatzen zu finden? Oder muss ich einfach Top-Schutz einsetzen und Glück haben? Es ist zu lang her, aber guck dir einfach mein Raubkatzen-Video an, Hamke. Ich habe ja, wenn du einfach Leos-Mind-Raubkatzen eingibst, dann findest du mein Video, wie ich es gemacht habe. In Gen 2 ist es wirklich sackenschwer. Wenn du sieben Pokéball willst. Wenn du einfach einen Meisterball hast, dann schmeiß einen Meisterball. Oder Hyperball ist auch schon einfacher. Diese Mixer-Entwicklungs-Animation. Ich habe gerade nicht so hingeguckt. Ist die Kacke hier? Ist das hier eigentlich schwierig? Oder schaffe ich das First Try? Wir holen uns gerade den EP-Teiler. 46. Stock. What? What? Natürlich schon gesehen. Dann würde ich einfach das exakt so machen, wie ich es mit Entei gemacht habe. Hol dir ein Rosanna, bring dem Todeskuss bei und dann gehe ich an die Stelle, wo ich war, in Gen 2. Also da links bei der Wasserstadt und dann mach es so wie ich. Hier bekommt man so einen Pokémon-Sticker. Subben. Ich zeige, du bekommst den nicht. Ich zeige nur, was du bist, wenn du einfach Kanalpunkte einsetzt. Wenn du in die Kanalpunkte guckst, da die Sonderbonbons unten, dann kannst du Spirit-Pokémon auswählen. Ich habe mich verklickt. Also mir fällt kein wirklich schweres Pokémon ein in Gen 5. Es wird immer langweiliger, je nachdem, umso höher wir kommen in der Gen. Das Besondere hier sind die DNS-Glitches. Und ich will es halt noch besonderer machen, indem ich sage, ich fange jedes Pokémon mit versteckter Fähigkeit, was geht. Das sind ein paar. Nicht alle, aber ein paar kann man halt fangen mit versteckter Fähigkeit. Aber ansonsten ist es einfach 170 Pokémon fangen und 10 davon oder so sind DNS-Glitch. Cynthia, du bist ein Kolowal. Und Thomas, du bist ein Psy... 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 Psyon Scora... Psyon Scora. So. Die Ritter der Redlichkeit im Pokémon sind schon nervig. Moment, Azrael, bist du in Gen 5 angekommen auch? Machst du das schon? Weil wir Ritter der Redlichkeit sollten nicht schwerer sein als Q-Ram oder sowas. Bei meiner Goldenen läuft einfach ein Shiny Suicune rum. Erste Shiny in Gen 2 seit 20 Jahren. Ernsthaft? Du hast es geschafft. Du hast die Raubkatzen verscheucht. First try. Und ein Suicune davon ist Shiny gewesen. Weißt du, wie krass das ist? 1 zu 8000. Oh jo, hallo. Schon durch, mehr oder weniger. Sonst könnte ich dir ja Schwarz und Weiß 2 anbieten. Hey, ich brauche noch. Bis ich hier durch bin. Ich würde dir die Stadt unter dem See des Zorns empfehlen. Da hast du nur einen Routenwechsel und nicht zwei. Aber das war der Sinn. Zwei Routenwechsel sind besser. Kitemio. 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 Ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass es halt, wenn es weg geht, weg geht. Ach, du bietest mir Schwarz-Weiß 2 an. Aber du musst ja erstmal selber durch sein. Schrill, du bist ein Pumpkin. Ne, wie ist das davor? Wie ist die Vorentwicklung von Pumpkin? Schreckgespenst. Irrbiss, genau. Apropos. Ich weiß es. Ich weiß es. Es ist nur ein Strich, aber ich weiß, was es ist. Wisst ihr, was es ist? First Try. Zotmonte, das ist so krass. Vor allem das Schöne ist einfach, sobald du es triggert und speicherst, ist dieses Suicune einfach für immer shiny. Und du kannst es immer wieder versuchen zu fangen. Pelippa. Wingull. Togekiss. Lothurzel. Das ist definitiv. Ein Togekiss. Ibeast. Das ist definitiv Togekiss. Ja. Das ist auch Togekiss. Togekiss. Der Schrei von Togekiss hört sich echt dumm an. Hm. Bei zwei Routen wechseln ist die Wahrscheinlichkeit, dass es über dich springt, sehr viel höher. Bei Mahagonia City hast du eine 50-50 Chance, dass es nach links oder rechts geht, wenn es oben auf dem See des Zorns ist. Ja, aber ich rede davon, dass wenn du dann Entei bei dir hast, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es nicht verschwindet. Weil du es gefangen hast in der Ecke. Mir ist halt so oft passiert, dass ich, wenn es dann in der Ecke ist und dann läuft es weg, ist es trotzdem immer noch da, weil es nirgendwo anders hin kann. Es hat quasi nur einen Weg. Also, die Chance, dass Entei links bei der Seestadt, nachdem es weggelaufen ist, immer noch da ist, ist 50-50. Wohingegen, wenn du woanders bist, die Wahrscheinlichkeit quasi 100 Prozent, dass wenn es weggeht, musst du es komplett neu suchen. Egal. Ein Barschuft. Wie viel Sinn des hier. Am Ende komme ich hier mit einem Serpy Royale raus. Das ist ja Kampf AG. Oder er hat sogar beide. Haus ist aufgeräumt. Habe ich irgendwas in den letzten 30 Minuten verpasst? Irgendein Random Shiny? Ja, drei Random Shinies habe ich gefunden. Aber ich kann ja nicht sagen, welche, weil ich habe sie freigelassen. Es war zu einfach. Warum hast du noch mal? Warum hast du noch ein rotes? Ich habe dich abonniert jetzt. Jeffrey, danke. Heißt abonniert. Was heißt abonniert? Abonniert. Hallo Lex. Lex, letztens, als du Cup vorgeschlagen hast. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Cup Lion. Wie ich den Namen zuerst nicht gecheckt habe. Kupplion. Kupplion. Oh, ich habe eine Scope-Linse gekriegt. Nice. Du noch. Total sympathisch. Ja. Bunnies. Er sollte kleine Baby-Löwen haben. Nee. Ist illegal. Aber als wir ihn geradet haben, dachte ich wieder, Mann, ich bin viel zu gemein. Der war so nett. So freundlich. Dann kommt mal in meinen Stream und ich bin erstmal so, du dummes kleines Kind, du nervst mich. Verpiss dich. Oh mein Gott. Wie können die Leute so nett bleiben die ganze Zeit. Aber hey, wie man in den Wald reinschreit, schreit es zurück. Gerade Steuerbescheid eingegangen, nun kann ich mir doch ein zweites HGSS holen. Ey, ich habe meinen Steuerbescheid zurück immer noch nicht von letztes Jahr. Glaube ich. Rock'n'Roller. Guter Film. Gutes Pokémon. Warum willst du nicht gemegasaugt werden? Das kann ich angreifen. Ich dachte mir auch, wahrscheinlich, sie haben schon vorhergesehen. Eigentlich sollte das weiß sein, aber es ist ein Bug. Und dann haben sie das weiße Warschuft später eingeführt. Ihre Unterlagen sind eingegangen, aber es dauert ein paar Tage. Bitte haben sie Geduld. Auch schon wieder einen Monat her. Slam. 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 Slam eigentlich 100%. Slam. 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 Also wo ich quasi so auf dem DS rumdrehe, aber die Hand dann runternehme und dann so mache. Irgendwie fand ich es lustig, aber gleichzeitig habe ich mir auch gedacht, Moment, wenn es jetzt jemand sieht, der mich nicht kennt und so, dann ist das super cringe. Ist das nicht Fremdschämen, wenn da einer steht und sich so einen abwackelt? Der Witz war mein Humor. Wäre, der muss nicht wehren, der war. Den Witz habe ich, ich habe den nicht rausgeschnitten. Ich habe mir, der war genial, okay, gut. Funskiller, okay. Weil es ist doch wirklich so, dieses dumme Ranger. Man muss so krass, man muss wirklich, man muss so schnell drehen, um irgendeine Chance zu haben. Kack, Ranger. Was ist dein Lieblings-Pokémon, der fünften Gen? Entweder... Entweder, wie heißt es? Entweder Skalabra... Skalabra? Entweder Skalabra oder der Elektro-Fisch. Warum gibt es auf YouTube keine Kanalpunkte? Das musst du YouTube fragen. Schreibt einen schönen Beschwerdebrief an YouTube. Warum die nicht exakt so sind wie Twitch? Diese Scheiß... Oh, die Kamerub waren hart, aber ich fand Entei auch sackenhart. Also die drei Raubkatzen in Ranger waren super schwer. Ist ja auch das Finale. Aber Entei vor allem... Boah. Hey, Drarot. Lampi? Nein, nicht Lampi. Skalabra. Skalabra. Oh mein Gott. Kann ich eigentlich das Gebäude verlassen oder muss ich dann alle wieder bekämpfen? Ich kann raus, oder? Was hast du an Sonn und Mond? Die Story ist super kindisch. Die Cutscenes sind viel zu lang und uninteressant. Das Spiel ist viel zu einfach. Du hast da so wirklich Momente, wo einfach dir alles geschenkt wird. Du wirst hier geheilt, du wirst da geheilt. Dir wird alles vorgekaut. Es ist einfach zu einfach, zu kindisch. Story ist super kindisch und nervig. Ja. Ich habe in keiner Gen was gegen die Pokémon. Die Pokémon sind immer cool. Es gibt immer coole Pokémon. Aber du kannst halt keinen Meter gehen, ohne erst mal eine 10 Minuten Cutscene anschauen zu müssen und Dialoge, die so kindisch sind und so uninteressant sind. Nein, nur du nicht. Alle anderen dürfen das Gebäude verlassen. Du hast dein Spirit am Anfang nicht mitbekommen. Das ist jetzt zu lang her. Draroth, du bist ein Kubuin. Ich verliere gegen Somnium. Wudusas, du bist ein... Oh, krass. Ich glaube, du bist die erste Person, die es ever hatte. Ein Terrapagos. Eines der letzten Pokémon. Toni, du bist ein Feurigel. Keine Chance, ey. Was ist dein Lieblings-Anfangs-Flugmon? Mein Lieblings-Flugmon ist Fiaro und Staraptos. Das ist schön. Ich habe keine Chance. Habe ich irgendwas gegen Psyche überhaupt? Das ist ja auch. Aber alles, was du zu SM sagst, trifft auch auf Schwert und Schild zu. Für mich nicht. Ich finde die Story in Schwert und Schild um einiges ansprechender, weil sie realistisch ist. Oh, ich habe hier Biss. Yes. Sei verwirrt. Sei verwirrt. Äh. Wieso kann man auf dem iPhone keinen Primes-Up machen auf der App? Kannst du schon? Aber ich weiß nicht wie. Welches ist dein Lieblings-Pinkes-Pokémon? Normal oder shiny? Cynthia, hör auf zu trollen. Ich weiß ganz genau, dass dich das nicht interessiert. Glaubst du, zu DLC 2 von Capo kommt noch was? Leute haben hier einige Sachen im Code gefunden, die noch nie veröffentlicht wurden. Was haben sie gefunden? Ich weiß von nichts, was sie gefunden haben. Äh, nein. Es kommt nichts mehr. Kame Sin und Popo ist durch. Fertig. Ende. Ich habe keine Chance gegen den. Er ist so nervig. Was ist dein Lieblings-Shiny-Starter? Deine Mutter. Ich weiß es nicht. Fink's. Fink's. Die Fragen, über die ihr habt. Interessiert es euch wirklich? Wieso interessiert es euch? Komm, bring die Sache zu Ende. Kill me. Wie kann es sehr effektiv sein? Macht kaum Schaden. Es ist Schlecker. Unweigerlich habe ich das Champ-Theme im Kopf, wenn ich den Namen Cynthia lese. Ich leide wohl noch immer unter PTBS. Spezielle Kampfphasen von Koraydon und Miraydon haben sie gefunden, außerdem zwei neue Stein-Items, die sehr auf Vergangenheit und Zukunft gestaltet sind und so weiter. Okay, krass. Habe ich nicht mitgekriegt. Kann aber immer sein, dass das einfach im Spiel ist, weil es mal halt eine Sache war und sie haben sich dagegen entschieden. Außer sind halt noch Rückstände im Spiel. So, ich muss mal Soda-Cheater wegtunen, aber das ist die, der, 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 ne, der, die, das andere wäre nicht besser. Ich mache Eliseber weg und mache dafür. Hier, ich habe doch inzwischen ein paar Stärkere. Oh ja. Ich habe ein 15er Dusselgur sogar. Aber hier, 15er. Und vielleicht ein Toxiped anstelle von... Ne, die anderen muss ich... Ah, ne. Du. Ich hatte eine Frage zu deinem Origin-Dex. Im Video zu Gen 1 zeigst du einen Ausschnitt mit einer Tabelle, die auflistet, welche Monst in welchem Spiel fangbar ist. Ist das eine Website? Und wenn ja, welche? Die Visa-Fans-Auflistung finde ich unbrauchbar. Visa-Fans ist allgemein nicht meine Lieblingsseite. Ich nehme Poké-Wiki oder Serebi. Und jetzt habe ich, also Poké-Os, diese eine Seite, die ja durch die Decke geht, die ist echt geil. Nur auch da ist das Problem einfach... Das wollte ich denen mal schreiben, ob das vielleicht irgendwann geändert wird. Auch da ist das Problem, aber du kannst nicht nach deutschen Namen suchen. Ich will halt eine Wiki-Seite, wo ich den deutschen Pokémon-Namen eingeben kann. Es muss nicht die ganze Seite deutsch sein. Bei Serebi kannst du halt den deutschen Namen eingeben und du kommst trotzdem zum richtigen Pokémon, weil alle Namen hinterlegt sind. Bei Poké-Os, was ich eigentlich am coolsten bis jetzt finde, was zumindest Bilder und sowas anbelangt, kann ich Namen eingeben und es kommt einfach nicht das richtige Pokémon. Und deswegen nehme ich Poké-Wiki. Visa-Fans hat für mich irgendwie, keine Ahnung, ich mag es optisch nicht. Was du eingeben musst, ist wie immer, du musst auf Englisch googeln, Version Exclusive Pokémon. Und dann kommst du zu dieser Seite hier. Und da findest du alle exklusiven Pokémon aufgelistet. Schi-Death, du bist ein Aerodactyl. Bin ich richtig? Ich glaube, bin ich richtig, ja. Halt. Ich bin noch nicht sehr weit heute gekommen, ey. Okay, jetzt nochmal. Tornopto hatte mal blaue Flammen in Gen 3 und Gen 2 glaube ich, da hat Tornopto grüne Flammen genau genommen. Große Klappe, ja. Ich bin noch nicht. Darf ich mich eigentlich hinsetzen? Nein. Findest du solche Features wie Dynamics Abenteuer mit den tiefen Shiny Raids sinnvoll? Ja, macht Spaß. Ich meine, Schwert und Schild ist eins von den Pokémon-Spielen, die immer noch sehr viel besucht sind und Leute die ganze Zeit spielen. Und das wegen den Dynamics Abenteuern. Ich meine, die Chance ist 1 zu 100, was sehr wenig ist, aber dafür dauert ein Raid zwischen 10 und 20 Minuten. Ich meine, das macht die lockeren 1 zu 100 wieder wett, weil du brauchst einfach für ein Reset sehr, sehr lang. Was reden wir über Bugs? Was haben wir für eine komische Diskussion über Bugs? Ich wünsche eure Wünsche für die 10. Generation. Ein Bug-freies Spiel, was sich nicht so leer anfühlt. Nennen wir ein Bug-freies Spiel. Die Grafik-Bugs sind Bugs. Es ging um Bug-frei und bisher ist kein Poké-Spiel Bug-frei. Es gibt sogar schlimmere, verbackte Poké-Spiele. Performance hat nichts mit Bugs zu tun. Wir haben wieder mal eine Diskussion, die nur gestartet hat, weil Mauri, wenn nicht wieder mal, weil Mauri einen dummen Witz machen wollte. Mauri hat doch nur einen dummen Witz gemacht. Leute, die Welt ist nicht literal. Also ist sie. Aber ist doch egal. Aber ja, ich hätte auch gern ein Gen-10-Spiel, das einfach flüssig läuft. Aber ich mag Bugs. Bugs sind wichtig. Bugs sind wichtig. Bugs-Gamer, genau. Ja, keine Ahnung. Guck mir zu. Die Welt ist nicht schwarz und weiß. Ich weiß, ihr sagt immer so, also faktisch gesehen hat jedes Spiel Bugs. Ja, aber darum geht es nicht. Es geht darum, fühlt es sich Buggy an. Und ja, auch das perfekt programmierteste The Last of Us ist voll mit Bugs natürlich, weil es nicht möglich ist, ein Spiel zu machen ohne Bugs. Aber trotzdem, wenn man darüber redet, muss man doch menschlich reden, menschlich verstehen, dass wenn es um das Thema geht, dann geht es darum, dass ein Spiel nicht so viele Bugs hat, dass es stört. Gen 3 hat nicht so viele Bugs, dass es stört. Gen 1, ne. Gen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hat nicht so viele Bugs, dass es stört. Legends Arceus, Kamsin und Purpur hat so viele Bugs, dass es stört. Darum geht es doch. Und dann müsst ihr nicht immer sagen, also faktisch gesehen hat alles Bugs, denn es ist nicht möglich, ein Spiel zu machen ohne Bugs. Darum geht es nicht. Es geht nicht um schwarz und weiß und dass man recht hat. Es geht um das Gefühl. Lady, du bist ein Capuno. Jedes Spiel hat einen Bug, aber nicht jeder Bug hat ein Spiel. Bugs Live war ein gutes Spiel auf der Dreamcast. Mein Wunsch für Gen 10 ist, dass Missingno zurückkommt. Ich würde es feiern, wenn Pokémon Missingno anerkennen würde. Aber Missingno wird nie anerkannt. Wir haben keinen Fix für Kapo bekommen. Ja, weil das wahrscheinlich nicht ging. Du hättest, du kannst mit Bugs, also ich glaube, wenn es gegangen wäre, hätte Game Freak ein Patch rausgebracht, der die Performance von Kamsin und Purpur verbessert hätte. Und sie haben es ja übrigens zwischendrin gemacht. Im Vergleich zum Anfang läuft Kamsin und Purpur ein bisschen besser, weil sie NPCs aus dem Spiel rausgenommen haben, was somit weniger Leistung ist und somit lief das Spiel ein bisschen besser. Also sie haben die Performance tatsächlich verbessert um mini, mini, mini mal. Die Vermutung ist, dass das Spiel so programmiert ist, dass damit das Spiel besser läuft, muss es komplett von vorn neu bauen. Das können sie natürlich nicht machen. Anscheinend, so vom Programmierstandpunkt oder sowas, gäbe es keinen Patch, der das Spiel verbessert. Welche Konsole findest du besser? 3DS oder Switch? Switch, 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 ich habe 3DS nie wirklich gespielt. Ich finde es schrecklich, wie klein der Bildschirm ist, wie schlecht die Auflösung ist. Natürlich Switch. Vielleicht ist die Switch besser. Godzilla. Spricht aber nicht für das Unternehmen, wenn sie ein Spiel so schreiben, dass man nichts verbessern kann, ohne alles über den Haufen zu werfen. Natürlich nicht. Game Freak ist eine Schrottbude. Natürlich. Hä? Schafzahn. Du bist ein Kekleon. Richtiger Kek. Tschüss Vortex. Ich habe Miss Signor als Pokémon-Karte und als 152 in meinem Poké-Sammel-Album der ersten Gen. Das ist aber nicht offiziell. Haben wir jetzt alle mal besiegt? Hey! Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass das der Chef war. Das heißt, ich hätte gar nicht alle besiegen müssen. Ich hätte einfach nur zu ihm hingehen müssen. Ich glaube, ich habe ein paar optional gemacht. Oh. Ja gut. EP. Wen trainieren wir jetzt? Mit diesem schönen Ding. Ich glaube, das, was ich am ehesten die ganze Zeit benutzen werde, ist Schallquap. Weil es ist Boden und Wasser. Was gut ist. Und Nagelotz. Nagelotz wird mein Fang-Pokémon. Ah. Aber ich glaube, ich werde ein Kuck mal da später fangen können mit hohem Level. Ich muss dieses Nagelotz nicht trainieren. Schallquap ist schon Level 15. Wobei, ich wollte doch Wasser-Elektro haben. Also werden wir Schallquap ersetzen. Ich weiß es doch nicht. Praktibalk werde ich behalten. Das ist wie eine normale Karte gemacht. So wie die hier. Thunder Cheeks. Ich meine, sieht auch offiziell aus. Kaputt. Tot. Welche habe ich dir eigentlich nochmal gegeben? Welche? Du hast mir mehrere gegeben. Achso, welches Plural? Äh, ich weiß es nicht. Das musst du doch wissen. Okay, ich soll irgendwo... Äh, zu einem Dock, zu einem Dock, zu einem Dock. Hallo Sinner Skills. Das ist so krass, dass man die japanische Edition davon nur auf europäischen DS Lite spielen kann. Echt? Hier, das ist nicht der Dock. Who is that Pokemon? Ich weiß es. Wisst ihr es auch? Die sind regionlocked? Ja, aber klar. Aber warum dann europäisch? Warum kann man denn dann die japanischen auf europäischen spielen? Steht er hier? Nee, auch falsch. Äh, ich kann nicht mehr steuern. Ah, hier. Knallion. Wer hat es denn gemacht? Sigphie. Sigphie hat doch nichts gesagt, oder? Sigphie! Was sagst du? Du hast es eingelöst. Trau dich. Du musst nicht sagen, was die anderen sagen. Was glaubst du, was es ist? Samplerang ist nur Elektro. Ernsthaft ist nicht Wasser? Das ist ein Fisch. Siegphie hat doch nichts gesagt, oder? Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Siegphie sagt nix. Warum setzt ihr Sachen ein und dann interessiert ihr euch nicht dafür? Es ist natürlich. Jetzt ist ein Nackleon. Jetzt hat Sigphie was gesagt. Knackleon. Ja, sehr, sehr gut. So, was ist jetzt hier passiert? Das ist unerhört. Man kann doch nicht mit mir nichts. Leute, Pokémon. Pokémon Menschen gehören einfach zusammen, wie sie sich gegenseitig ergänzen. Oh, Julia. Genau. Stimmt's, Leo? Suche, Nadel, Neuhaufen. Was ich Knackleon nicht erkannt habe. Du hast nicht Knackleon gesagt? Ich dachte auch so kurz zuerst Lilly, weil es irgendwie so ein Boden verankert aussah. Aber... Los, Leo, den Dieben nach. Okay. Echt? Also ist wirklich... Ist Samplerang wirklich nur Elektro? Aber das ist doch ein Aal. Warum ist das nur Elektro? Elektro ist halt nicht so gut gegen viele. Elektro ist nur gut gegen Wasser und Flug, oder? Braucht man wirklich ein Elektro-Pokémon? Aber Zapplerang ist so cool. Wo ist er jetzt langgegangen? Gibt's eigentlich schon Infos, ob Dienste bald abgeschalten werden? Nur das, was ich letztens überall gepostet habe. Wenn du einen Wuffels willst mit Tempomacher, musst du am 1. April hier vorbeischauen und dann kriegst du von mir einen Wuffels mit Tempomacher. Das ist für den Origin-Decks, soweit ich gesehen habe, das Einzige, was du sonst nicht mehr so leicht kriegst. Aber hat nur eine Schwäche mit Boden. Ne, Zapplerang hat auch gar keine Schwäche, weil es schweben kann. Das ist doch der Witz an dem. Oder? Warum siehst du aus wie ein Main-Character? Eben, Zapplerang hat keine Schwäche. Aber es kann halt nur Elektro-Attacken, oder? Was kann es denn Großes? Was finden wir hier? Oh Gott. Elektro an sich. Elektro an sich hat nur eine Schwäche, ja. Aber... Ich meine, ich liebe Zapplerang. Ich glaube, ich nehme Zapplerang anstatt Eliseber. Ich dachte, dass es auch Wasser hat. Das ist ein Fisch. Was ist das da oben? Wetter. Ach, es wird mir das Wetter angezeigt. Okay, Flampion brauchen wir. Soll ich jetzt jedes Mal nicht checken, ob es das als versteckte Fähigkeit Mon gibt? Gut schauen. Flampion, versteckte Fähigkeit. So weit unten, hier. NS Flampivian? Okay. Wüsten Resort. Okay, es gibt es in mitversteckter Fähigkeit. Das heißt, es wäre sinnlos, es jetzt zu fangen. Dann fangen wir dich nicht. Alla Thorax. Witzkanone, Knirscher, Kopfnussfruchtler, Säure. Würde alle erst normal fangen und danach wieder erneut fangen. Warum sollte man das machen? Warum sollte ich ein Pokémon fangen, dass ich weiß, dass ich es später woanders fangen werde? Wieso? ABM? Ich weiß nicht, was ABM ist. Gab es eigentlich ein Statement, warum noch einige Pokémon in Kapu fehlen? Oder ist das der Trend, dass es nie alle Pokémon empfangen seien? Ja. Das ist normal, dass es nicht alle Pokémon gibt. Leute, Carmesino und Popo ist durch. Fertig. Spiel abgeschafft. Spiel ist fertig. Wir müssen ja jetzt warten, bis das nächste kommt. Ganz normal. Das Spiel ist durch. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie ein Remaster oder irgendwas Cooles als Zwischenfutter, bevor Legends rauskommt. Aber das ist gelaufen. Wie sieht's aus mit unserem Kroko? Kroko, 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 Kroko. Garnovil, Schrofferberg. Das ist Dreamworld. Kriegen wir keine versteckte Fähigkeit. Garnovil können wir also fangen. Nice. Überlebst du einen Grasmixer? Was ist Garnovil? Unlichtboden, oder? Das wäre ein Pokémon, was wir brauchen. Fuck. Ja, ist Boden. Okay, wir brauchen Garnovil für unser Team. So ein Rabigator mit Erdbeben? Das brauchen wir. Unlichtboden? Das brauchen wir. Okay, Rabigator, Zaplerang. Ich will noch ein Skalebra für Feuergeist. Auf jeden Fall für das Finale-Team. Arbeitsbeschaffung, Maßnahmen. Okay. Nee, so sind wir nicht. Skilabra. Ich werde es mir nicht merken. Skalebra, Skilabra. Es ist, der Zug ist abgefahren. Rabigator war damals mein Main-Pokey, weil ich die Starter nicht mochte. Aber Evo-Serb ist genial. Da gibt es aber nur die Weiterentwicklung mit versteckter Fähigkeit. Nee, auch die anderen gehen nicht. Also, ja, Rabigator gibt es am schroffen Berg mit versteckter Fähigkeit. Das stimmt, aber der schroffe Berg ist Dreamworld. Dreamworld gibt es nicht mehr. Ich glaube, Garnobil entwickelt sich sehr spät erst. Das ist okay. Du meinst, das Feuer-Pokémon. Achso. Ach, Skilabra gibt es versteckte Fähigkeit. Es gibt so viele. Nee, Skilabra gibt es in Gen 5 keine versteckte Fähigkeit. Brauchen wir nicht drauf achten. Aber einen Rock'n'Roller brauchen wir. Okay, Slam ist kacke, man. Warum habe ich mir Slam beigebracht? Stirbt es. Halte durch! Halte durch! Okay, warte, das habe ich noch nicht gecheckt. Müssen wir das fangen. Kiesling ist doch bestimmt weiter oben. Nein, doch. Brokkoloss, Frostige Höhle, Dreamworld. Gibt es auch nicht mit versteckter Fähigkeit. Also, her damit. Jetzt habe ich schon zwei Seiten mit Pokébellen. Oh nein. Brokkoloss hat eine mega Shiny Form. Ja, das ist eins der coolsten Shinies. Dieses Neon ist so gut. Es war auch eins meiner ersten Shinies, die ich mir gezielt gesucht habe, weil das so cool aussieht. Genau wie Ramoth oder Skilabra. Das ist ein Trainerkampf? Warum? Warum steht da nicht fett Trainerkampf oben? Warum ist der Trainer nicht irgendwo im Hintergrund so ganz klein und jubelt seinen Pokémon zu? Ah, jedes Mal. Ich meine, ich weiß jetzt, woran ich es erkenne. An dem kleinen Bildschirm, da sind dann so Pokébälle, aber... Ne, mein Flampivian kann nur mit versteckter Fähigkeit, aber Flampivian nicht. Was? Ja doch, da geht's dir. Du kannst es ja dann brüten. Natürlich geht es. Du meinst Flampivian. Äh, das... Richtig. Nur die Weiterentwicklung hat die versteckte Fähigkeit, aber wenn du das brütest, hat dann das Baby die versteckte Fähigkeit. Gehen tut alles. Hallo, Qualium. Meine waren Floink und Schallquap. Deine Mains. Floink, echt? Für Tauschentwicklung tauschen wir dir selbst, oder? Wenn ich unbedingt ein Pokémon haben will mit Tauschentwicklung, dann ja. Und sonst nicht wirklich die in anderen Spielen. Ach, gezielt das erste Shiny. Floink und Schallquap. Schallquap hat auch ein cooles Shiny. Nur wenn das Mon weiblich ist, mit Zucht, Vater, mit Ditto geht in Gen 5 nicht. Aber es geht. Mit Ditto geht's nicht, aber es geht. Ich kann ein männliches und weibliches Flampivian mit versteckter Fähigkeit kaufen und dann machen sie zu einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 4, glaube ich, ein versteckter Fähigkeit. Geht doch. Du ziehst halt gerade Prakti-Balk hoch und Meister-Rufus-Tausch-Evo. Ich weiß. Wie gesagt, wenn ich Prakti-Balk im Team behalte, dann werde ich es, wenn es soweit ist, entwickeln, ja. Aber vielleicht wollen wir keinen Meister-Gruf. Ich weiß es noch nicht. Ich bin offen. Ich bin flexibel. Prakti-Balk muss sich beweisen. Steh auf, du kannst mich mal. Hallo, Henriette. Das Weibchen muss, dass die VF haben, die Männer verärmen die nicht. Ja. Und? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Trotzdem bräuchten Männchen und Weibchen, damit über ein Ei kommt. Äh, warum? Fuß geht so schlecht. Ich wollte nur nett sein. Niemand von euch ist nett, wenn ihr mich aufstehen lasst. Erwartest du, dass ich sage, oh mein Gott, Miku, Dankeschön, dass du mir befiehlst, aufzustehen. Etwas, was ich von alleine nicht kann, wenn ich will. Das ist nur dafür da, um mich zu ärgern. Das weißt du. Du kannst doch nicht erwarten, dass ich dankbar bin. Ich wollte nur nett sein. Henriette, du bist ein Ampharos. Ich hab nix gutes Gegenkampf. Kann ja sein. Nein, kann nicht sein. Wie findest du Palworld? Du bist zwei Monate zu spät auf diesem Planeten, was? Wie findest du Palworld? Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, das Spiel Palworld. Und für eine Woche. Und dann war ich durch und hatte alles, hab alles geschafft. Aber du hast es doch zur Verhöhung gestellt. Ja, damit ihr mich ärgern könnt. Ihr, ihr wollt mich ja ärgern. Oh mein Gott, was ist dieses Spiel? Ich bin nur im Verrecken die ganze Zeit. Ich bin so schlecht. Ich glaube, ich werde einfach mal eine ganze Nacht damit verbringen, hier meine Pokémon auf Level 40 zu leveln. Und dann renne ich hier durch. Hast du Koromon getestet? Keine Trollfrage. Hab's seit kurzem auf Steam. Ich hab Koromon gespielt. Ja, hat mir nicht gefallen. Temtem ist ein gutes Monster-Collector-Game. Temtem ist so das Beste. Und dann vielleicht Palworld. Hättest du mal Dusselgoe nicht aus dem Team geschmissen? Ich hab's nicht aus dem Team geschmissen. Ich hab's nur kurz raus, damit ich gegen die da oben kämpfen kann. Ich bin so gespannt, wie die Entwicklung vom Game weitergeht. Von Palworld. Wahrscheinlich werden sie irgendwann aufhören, bald sogar, glaube ich, irgendwas für das Spiel zu machen, weil sie genug Kohle gemacht haben und sie wahrscheinlich lieber ein neues Spiel machen, als das Palworld zu verbessern. Aber wir wissen es nicht. Vielleicht wird Palworld auch ewig lang weiter unterstützen. Es kommen die ganze Zeit neue Sachen. Maybe. Rabigado ist mein Lieblings-Senschenchen. Gen 5 Pokémon. Terrakium und Visofunk finde ich auch. Terrakium? Du bist also die eine Person auf der Welt, die Terrakium mag. Echt? Terrakium? So im Sinne von Cobalium, Veridium und Terrakium? Von den dreien findest du Terrakium am besten? Hast du den mal in Kamesin und Popo angeschaut? They did him dirty. They did him so dirty. Der sieht so dumm aus. Shiny is nice. Also ja, die Farbkombi ist ganz cool. Aber Veridium ist das Beste von denen. Ich suche gerade, ich will einfach nur ein männliches Ghanubil. Dann bin ich hier wieder weg. Wie, die will kämpfen, was? Ich bin da vorne, der vorbeigegangen. Die wollte... Oh. Noah, du bist ein Low Cups. Wir brauchen ein Schniedel-Ghanubil. Moin, Kalle. Hallo. Andi. Genau, Herbnis. Was, was, was bist du jetzt so gemein zu Lex? Das hat damit nichts zu tun. Es gibt zwei Personen. Denn ich feiere alle drei Ritter der Redlichkeit und finde auch Terrakium mega. Die zwei Personen. Läuft gut. Läuft gut. Bis der Sven mit Z. Okay. Retro, du bist ein Choraidon. Nicht schlecht. Wenn du Terrakium hatest, dann will ich nicht über Viridium anfangen. Okay. Choraidon. Choraidon. Wow. Ich brauche Choraidonis nicht aufleveln. Es läuft hier alles nicht, wie ich will. Es läuft hier alles nicht gut. Mein Team ist Schrott. Ich habe kein Team. Frage. DS oder New 3DS XL? Die Frage ist unbeantwortbar. Du stellst zu schwere Fragen. Weiß ich doch nicht, Serra. Kommt doch ganz drauf an, was du willst. Es sind zwei komplett verschiedene Systeme. Es ist wie wenn du sagst... Also, ich kann es dir beantworten. 3DS. Ich finde 3DS besser. Aber... Es ist wie wenn ich sage N64 oder Switch. Es sind halt komplett zwei verschiedene... Achso, du willst wissen, auf was ich spiele. Ja, die Information hat in deinem vollen Satz gefehlt. Das ist ein 2DS... New 2DS XL. Ich will ein Pokémon Center. Ich habe gestern Abend noch alle deine Origin Decks Main Videos geguckt. Du hast mich inspiriert. Ich habe heute bei Gen 1 angefangen. Geil. Wie Spaß. Viel Erfolg. Ich mag die Stadt hier nicht. Dieses dumme 3D, wie sich es rumdreht. Gib mir ein Viereck und lass mich drin rumlaufen. Ich brauche keine komischen Kamerafahrten. An der Stelle, wo du bist, war ich auch nicht so zufrieden mit den Pokémon. Was macht man da? Wenn ich hier auf den Knopf komme, ist es nicht so schlimm. Oder? Aber ja, das war schrecklich. Wo war das nochmal? In Gen 1, ne? In Gen 1 habe ich den DS gedreht. Und dann... Bin ich auf den Knopf unten gekommen. Und virtuelle Konsole geht einfach aus. Hier... Komm ich, glaube ich... Raus. Wobei, vielleicht auch nicht. So, wir müssen... Wir brauchen Flug Pokémon. Level 15, 12, 14, 15. Hey, du. Anstelle von dem. Ah, hier ist mein Team okay. Gras oder Pflanze, Kampf, Flug, Wasser, Normal, Käfer. Ich will den Käfer Gift. Ne. Weiß ich, ist überhaupt Fasernob ein gutes Pokémon? Also sonst ist ja immer so, dass Flug Pokémon echt gut ist. So, Fiaro, Staraptor sind ja echt bombenstarke Pokémon. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Fasernob gut ist. Spiel es hier auch aus, wenn ich unten auf den Knopf komme. Das ist aber so komisch, weil du drückst auf den Knopf und dann fragt er dich, ob du wirklich ausmachen willst. Das ist so blöd, dass du fragst, dass der fragt, aber du kannst nicht Nein sagen. Das macht doch keinen Sinn. So, wo ist jetzt, wo ist jetzt unser... Oder gehen wir noch, wir können ja irgendwo links raus. Ne, ne. Es geht nur nach oben. Es geht nur nach oben. Oh, hier. Dort entlang in Richtung der Arena. Okay. Das Speichern hier ist überhaupt nicht langweilig. Gen 4 war eine Frechheit. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Aber Gen 4 zu speichern, das da vergeht eine Lebenszeit. Kein Zweifel, hier muss es sein. Vielleicht. Die Kreuzzugmänner da. Ich übernehme das Kind. Du hast endlich einen Weiblesbeeser Samen gefunden. Sehr gut. Nach 1200 Eiern scheinen in den Kader. Marco, nice. Marco, übrigens, wenn du wirklich... Du hast 1000 Pokémon mit deiner OT, weil dann hast du mich schon überholt. Weil ich habe so 980 mit meiner OT. Mal hast du all diese Shinies gefangen. Du bist doch verrückt. Bapapapapapam. Ja, sind alle deine. Dann hast du mich überholt. Du hast mehr Shinies als ich. Was wäre die beste Kombi an Konsolen, um alle Pokémon-Hauptserien-Spiele spielen zu können? Du brauchst... Du brauchst einen DS Lite. Oder den allerersten DS. Einen DS, der halt eShop hat. Also z.B. ein 3DS und eine Switch. Dann kannst du alle Spiele spielen. DS, 3DS, Switch. Also quasi die letzten 3 Konsolen. Speichereine. Vor allem manchmal... Also manchmal verschiebst du deine Pokémon und dann sagt er so... Oder manchmal bekämpfst du einfach 3 Story-Bosse und dann speichert er sofort. Manchmal verschiebst du nur ein Pokémon in der Box und er sagt, wir müssen eine Menge Daten speichern. Oh mein Gott. Ich habe die ersten 800 plus Pokémon alle in Shiny, aber mit Pika-Hacks auf 2DS XL. Herzlichen Glückwunsch. Was? Wieso sagst du uns das? Findest du das... Also, was? Du hast uns gerade gesagt, dass du 800 Pokémon mit einem Knopfdruck gesteatet hast. Oder? Willst du uns das sagen? Ich meine, kannst du machen. Ich wüsste nicht, warum du uns das sagst. Zu faul zum Suchen? Okay, herzlichen Glückwunsch. Ich finde, das hatte schon was, direkt vor der Pokémon Arena ein Geheimversteck zu unterhalten. Aber nun ist es ja leider schneller aufgeflogen, als wir dachten. In der Tat. Aber im Grunde haben wir ja bereits einen ganz hervorragenden Unterschlupf. Nun, wie auch immer, sagt mir, kennt ihr die Legende von der Entstehung der Einnal-Region? Klar, kenne ich die. Das ist doch die Legende vom Schwarzen Drachen. Auf weiß sagen sie hier, weißer Drache. So ist es. Wie lässt sich eine Welt vereinen, in der so viele Völker sich bekriegen? Eines Tages erschien der Schwarze Drache einem Helden. Den kämpfenden Parteien gegenüber fletschte er die Zähne. Und dem Helden brauchte er die Antwort für jedes Dilemma da. Mit dem dieser sich schon lange begeistert... Oh mein Gott, I don't care. Oh mein Gott, ich wäre auch so, als Kind würde ich dastehen. Ich würde einfach rausgehen. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht, eine Pokémon-Story zu lesen. Ich versuche es jedes Mal. Ich habe es versucht, eine Pokémon-Story zu lesen. Ich habe es versucht, eine Pokémon-Story zu lesen. Und die quatschen, die so, okay, wir ergeben uns. Hier ist dein Pokémon wieder. Hä? Was sind das für böse Wichte? Friede sei mit euch. Stratos City erkunden. Das ist wunderbar. Ich bleibe natürlich bei als Beschützerin, ganz klar. Woher kommt diese Lilia? Die habe ich noch nicht. Ach, ist das die Arena-Leiterin hier? Ne, er ist doch der Arena-Leiter hier. Wer ist Lilia? Wahrscheinlich haben sie es erklärt. Außerdem drückt man den Pokémon-Spiel nicht A, 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 sondern B, 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 B. Immer B drücken. Immer erst mal aus Prinzip Nein sagen. Rauchball. Oh, das ist gut. Das könnte hilfreich sein. Warum ist mein Kater so? Jede Katze liebt Katzenminze? Ja, das ist deren Drogen. Ich meine, wenn du Menschen Zucker gibst, dann ist er auch so. Gib mir den Zucker. Ich meine, Katzengras ist, glaube ich, kein Zucker. Ist halt Stoff. Ich habe mich schon gefreut, als sie in den Optionen eingeführt haben, dass man Cutscenes skippen kann. Und dann ist das einfach nur diese, die zwei Cutscenes ohne Text, die dadurch übersprungen werden. So, dieses einzig Coole wird dann übersprungen, aber all diese Cutscenes, in denen Text weggeklickt werden muss, den kann man nicht überspringen. Ähm, ich gehe jetzt, sollen wir noch Arena Leiter probieren? Das ist schon halb sieben. Ne, ich gehe einmal wieder raus und fange noch ein paar Pokémon. Ey, ich komme echt saulangsam vorwärts in diesem Spiel. Die Kämpfe sind echt hart. Ich glaube, ich muss mal echt eine Nacht damit verbringen, einfach ein Team zu leveln. Aber ich will zuerst die Pokémon haben, mit denen ich auch das Spiel durchspielen will. Das dauert noch ein bisschen. Moment, habe ich, ne, ich habe kein... Ich habe noch kein Krokodil gefangen. Ich muss noch ein Krokodil fangen. Hm. Ist das eine Arena Leiterin? Von später. Gen-Alpha. Gen-Alpha. Ist Gen-Alpha... Ist... 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 Ist Gen-Alpha ein... Was ist... Wer ist Gen-Alpha? Die jetzigen 10-Jährigen? Ist Gen-Z die jetzigen 18-Jährigen, oder? So ungefähr. Gebe ich hier durch? Nein. Ich glaube, ich glaube, ich will alles, aber ich will mich nicht dafür anstrengen. Da ist es in... Schwarz hat eine schwere Level-Kurve. Ja. Es ist, glaube ich, eher so die Typen-Kombi hier. So, du kämpfst gegen Pokémon, gegen die du nicht wirklich... Wobei, Kampf-Pokémon hatte ich ja. Ja, aber ich bin einfach schlecht. Ich passe auch nicht so auf. Du brauchst den Leuten nicht ausweichen, die weichen dir aus. Also der eine ist gerade nicht weggegangen. Ich habe heute übrigens aus Versehen einen Schokoriegel gegessen mit Minze. Wie findet ihr den Geschmack? Die Kombi-Schokominze. Also ich meine... After Eight zum Beispiel. Und in der Schublade, bevor ich zum Sport gegangen bin, lag... Ich esse dann immer davor einen Riegel. Also so ein... Proteinriegel. Um nicht umzukippen. Und ich habe nach einem Schokoriegel gegriffen. Und dann... Ich habe mich irgendwie gewundert, dass er... Grün ist. Aber dachte mir nichts dabei. Dann beiß ich rein. Uuuh! Schoko und Minze. Es ist wie... Also Lakritze ist schlimmer. Aber Schokominze ist schon nichts... Nee, diese Kombi. Widerlich. Minze allgemein, bäh. Schokominze, bäh. Zahnpasta, ja! Das ist wie Zahnpasta. Also ich habe nichts gegen Minze. So in... In einem Shake oder sowas. Als mit Früchten. Aber... Aber doch nicht... Schokolade. Ich konnte hier nicht aufessen. Ich musste sogar ausspucken, was ich abgebissen hatte. Rosamark. Äh... Rosamark ist... Was machst du für Sport? Ich quäle mich ins Fitnessstudio. Das 75 Euro im Monat kostet. Damit ich mich hinquäle. Und ich hasse jede Sekunde dort. Racki-Balk versucht weckruf zu lernen. Was macht das? Richtet großen Schaden bei einem schlafenden Ziel an. Oh ne. Wir sind doch hier keine Taktiker. Weck damit. Lakritz ist eklig, ne? Es gibt ein ganzes Land, das Lakritze liebt. Schweden. Schokominze und Lakritz beste. Oh, Toni. Oh, Toni. Falsche Antwort. Gott so teuer. Ja. Die Join-Fee, also allein, dass du da rein darfst, war 200 Euro. Und dann noch zusätzlich jeden Monat 75. Und das war schon reduziert. Mit dem Angebot darf ich nur morgens gehen. Was ist okay jetzt, weil ich will nur morgens gehen. Hast du ne Freundin? Nein. Ich hab ne Lebenspartnerin seit 10 Jahren. Freundin wäre ein Understatement. Ein schlechter Begriff für sie. WTF, warum ist das so teuer? Weil Irland sehr, sehr teuer ist. Und weil es das beste Fitnessstudio in Irland ist. Und ich wollte extra etwas, was so teuer ist, dass ich nicht... Weißt du, wenn das nur 10 Euro kosten würde, würde ich sagen, fuck it, ich geh nicht. Aber bei 75 Euro im Monat... Muss ich. Muss ich. Sonst ist es wirklich krass, wenn ich das Geld rausschmeiße. Wie wäre es für etwas Coole wie Badminton? Sport hasse ich noch. Also, eine Sportart hasse ich noch mehr. Bist du verheiratet? Habe ich das gerade nicht beantwortet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Ich glaube nicht an Ehe. Je weiter man im Norden wohnt, desto mehr soll man der Kritze mögen. Ich passe nicht in das Schema. Alle, die Schokominze mögen, werden nun gebannt. Nein, ich bin nicht so. Hallo. Ich tue doch nur so. Niemand sollte an Ehe glauben. Die Scheidungen sind eh zu teuer. Ich meine, wenn man es dumm macht, oder? Man kann doch sicher auch davor einen Ehevertrag machen, sodass Scheidungen nichts kosten, oder? Oder kostet eine Scheidung... Eine Scheidung kostet wahrscheinlich auch irgendwie mindestens 50 Euro an Bürokratiegebühr oder sowas. Wie groß bist du? Ich bin 1,48 groß. Ich stehe auf einem kleinen Hocker. Weil es mir peinlich ist, wie klein ich bin. Auf dich zünde ich den Feierabend. Nice, Mikael. Machst du YouTube hauptberuflich? Ja. Gütertrennung, meinst du? Nennt man das? Was? Hatte schon mal geknutscht. Ausrufezeichen OF. Das ist mein Onlyfans. Da könnt ihr mich knutschen sehen. Macht dir die aktuelle Diskussionskultur unserer Gesellschaft genauso Angst wie mir? Was? Was ist was? Okay, was ist Diskussionskultur unserer Gesellschaft? Was heißt das? Alle wollen diskutieren, oder wie? Ich finde nichts Schlechts, wenn man alles hinterfragt und alles diskutieren möchte. Finde ich nicht schlecht. Ich finde es nur schlimm, wenn Leute auf ihrer Meinung beharren wollen. Meinst du ernst wegen deiner Größe? Ja, natürlich. Ich würde dich niemals anlügen. Wir sind hier im Internet, da wird nur die Wahrheit gesprochen. Was redest du? Natürlich meine ich das ernst. 1,48. Ich bin stolze 1,48 groß. Wurde verarscht. Einmal hatte ich Hoffnung. Herr Sota, als ob du da noch nie draufgeklickt hast. Geil. Nee, gibt nur noch Schwarz und Weiß in den meisten Fällen. Ach, das meinst du? Ja, das ist schlimm. Das meine ich auch nicht. Leute verstehen nicht, dass die Welt grau ist und nicht Schwarz und Weiß. Ich bin leider nur 1,30. Das sieht man auf unserem Bild. Ja, wenn ich 1,48 bin, dann ist Marco 1,30. Und das ist auch okay. Short King's Rise. Aquana oder Gardevoir? Aquana hat eine Attacke, äh, Säurepanzer, die dafür sorgt, dass man sehr, äh, schroff mit Aquana umgehen kann. Das ist schon mal ein Vorteil für Aquana. Genauso gut laut Pokédex besteht Aquana aus einer sehr glitschigen Oberfläche, was auch ein Pluspunkt für Aquana ist. Gardevoir aber an sich ist halt kein Fisch. Was für Gardevoir spricht? Das ist eine sehr schwierig beantwortende Frage. Eine Scheinung ist echt teuer, weil der Anwalt ja Geld will. Ja, aber du musst doch keinen Anwalt nehmen für eine Scheinung. Du bist doch nicht gezwungen, Anwalt zu nehmen. Du bist nur gezwungen, Anwalt zu nehmen, wenn die beiden Parteien sich nicht einig sind. Und wenn du so dumm bist und das vorher nicht klärst, dann ja, dann ist eine Scheinung teuer. Aber wenn man sich ganz normal scheidet, weil man sagt, das war's und man hat einen Vertrag davor gemacht, sodass alles klipp und klar ist, dann brauchst du doch keinen teuren Anwalt. Und da gehst du einfach hin und sagst, yo, äh, unterschreiben bitte Scheidung. Fertig. Oder? In meinem schlimmsten Fall ist es, ne, verlierst du alles, glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber die Scheidung läuft doch über das Gericht. Ernsthaft? Kann ich nicht einfach ins Amt gehen und sagen, yo, cancel that shit? Abo nicht verlängern, bitte. Abo kündigen. Dann kriegst du noch so eine Umfrage gestellt, wo du dann ankreuzt, nicht zufrieden mit Service oder irgendwas. Oh, hier gibt's Zurokeks. Oder ist das ein Trainer? Nein, gibt's Zurokeks. Echt, du musst vor Gericht sagen, yo, ich will mich scheiden lassen, aber du musst keinen Anwalt nehmen vor Gericht. Du kannst auch, du kannst auch selber. So, Phil hat gerade geschrieben, hab dich lieb. Happens, es ist soweit. Phil wird gebannt. Sollen wir einfach den, soll ich mal kurz den ganzen Chatverlauf durchgehen, was Phil geschrieben hat? Das meine ich. Ein Paradebeispiel von, warum bist du so? Ich seh die Person gar nicht, die die ganze Zeit schreibt. Ja, die ist auf YouTube. Wieso? Weil du nicht jemandem im Internet ernsthaft und du meinst es ernst, weil du bisher alles ernst geschrieben hast, schreiben kannst, hab dich lieb. Für mich bist du jetzt die Person, die mich zu mir gesagt hat, hab dich lieb. Und das werde ich niemals vergessen. Das heißt, jedes Mal, wenn du das schreibst, denke ich mir, oh, Creep. Komischer Mensch. Du machst das so gut. Eva, du bist im falschen Stream. Hier, geht das auf YouTube? Kann ich irgendwie zeigen, was du gesagt hast? Nee, dummes YouTube. Lass mich nicht zusammenfassen, was du geschrieben hast. Egal. Darf ich zu happens sagen, dass ich ihn lieb hab? Nein, niemand hatte jemand lieb. Das ist jetzt hier alles rein Business. Wir sind keine Freunde, wir sind alles nur Business-Kollegen. Man muss, glaube ich, erst mal ein Jahr getrennt sein, bevor man die Scheidung enden reicht. Ja, ja, genau. Das weiß ich. Und hier in Irland gibt es auch ein krasses Gesetz. Das habe ich aber vergessen. Hier gab es ein krasses Gesetz. Ich glaube, hier sind es zweieinhalb Jahre oder sowas. Irgendwie sowas. Hier sind es zweieinhalb Jahre, die du getrennt sein musst, bevor du dich scheiden lassen kannst. Irgendwie, irgendwas war hier richtig asozial. Ich finde euch halt alle scheiße. Schau, so unterhält man sich. Das Abo muss auch vom Richter geschieden werden. Klar kannst du was sagen. Kommt nur komisch. Und das ist der Punkt. Kontext. Das ist wie, da muss ich immer drin denken. Die Stelle in How Made Your Mother, wo, 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 wie war das? Jeffrey und Dahmer. Nee, Dahmer und Doppler. Das kommt ganz darauf an, wie die andere Person, wie die Person auf der anderen Seite es annimmt. Du kannst exakt das Gleiche sagen. Du kannst Hab dich lieb sagen. Die andere Person sagt, oh. Oder die andere Person sagt, fucking creep. Read the room. Dahmer und Doppler, genau. How Made Your Mother ist so weise gewesen. Oh mein Gott. Du hast mich beschworen. Ich bin gerade heimgekommen. Itaco, die sind alle komisch. Du musst mir sagen, dass ich das gut mache. Wie soll ich jetzt meinen Rivalen nennen für den eigentlichen Playthrough? Hier konnte ich meine Rivalen gar nicht benennen. In Schwarz-Weiß 2 benennt man den Rivalen wieder. Schon wieder ein Männchen. Was ist hier los? Äh, Weibchen. Du hast vor zwei Stunden nicht auf mich reagiert. Itaco. Itaco, es tut mir leid. Itaco. 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 In Gen 2, äh, in Schwarz-Weiß 2 nenne ich den Rivalen, keine Ahnung, weil schon was geht. Lappen. Nein, ich habe letztens erst Weiß 2 gestartet und du kannst den Namen aussuchen. Ich frage dann, das ist dein Freund. Wie heißt der nochmal? Und der hat voll komischen Namen. Als Standard. Und du kannst ihn ändern. Ich will nur ein männliches Ghanu-Wheel. Was ist das hier? Pokefusion, los! Was ist das? Hä? Was ist das für eine Pokefusion? Das ist eine Beleidigung. Okay, Pokefusion... Was? Stopp. Pokefusion, los! Es ist leider nichts Neugezeichnetes, aber es ist trotzdem lustig, die Vorstellung. Lugador. Oder Carpagir. Ah! Verox! Ich meine, zum Lugas ist es nicht davor gemacht. Hier, Verox. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Das davor sah lustig aus. Wer hatte das gemacht? Entschuldigung, dass ich das zuerst erst so spät gemacht habe. Wo bist du? Wo bist du? Who's that? Wer hat Spirit gemacht? Äh, wer hat Fusion gemacht? Was ist das lange her? Hier, Demon King. Ne, Demon King war das nicht. Midi. Midi, du hast es gemacht. Vor sieben Minuten, ah, das geht ja noch. Midi, das hast du mitgekriegt, oder? Dein Lugia, Carpador. Sehr wild, sehr gut, hast es gesehen. Und Verox hat jetzt diese... Geburt der Hölle gemacht. Rostu. Musa. 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 Das darf keine Eier legen. Ich glaube, dass man die Namen nicht ändern kann. Das ist, weil die beiden ja in Teil 2 wiederkommen. Als NPC. Soll ich euch das jetzt gleich zeigen, wie das geht? Ich habe Vice 2 letztens gestartet. Und ich konnte den Namen vom Rivalen ändern. Das ist ein neuer Rivalen. Nicht die von da vorne. Nicht Choro und... Und Bisa da irgendwie, die da hat. Sondern das sind... Das ist der Schwarzhaarige. Und den Namen kannst du eingeben. Musa. 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 Matisse. Genau. Matisse. So ein komischer Name. Und den kannst du ändern. Ja. Ein weibliches Garnowil. Natürlich. Was ist denn hier los? Musa. 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 3 Tage für das männliche Pummelhof. Oh, du brauchst 2. Musa. 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 Wo holst du das andere her? Musa. 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 Okay, Picochilla. Ich weiß, ich brauche noch Picochilla. Achso, stimmt. Ich brauche zuerst Picochilla. Eigentlich ist es besser. Ich war eigentlich in jeder Route und habe dort ein bisschen gefangen. Aber Picochilla ist nicht erschienen. Wo ist Route 5? Warte, ich habe die Karte doch hier draufgelegt. Haha. Route 4. Route 4. Stratus City. Route 4. Ich bin auf Route 4. Picochilla ist Route 5. Ich kann auch keinen Picochilla kriegen. Tatsächlich, wie heißt dein Freund Professor Escher in Weiß 2? Ja, weil ihr mir nicht glaubt. Warum glaubst du mir nicht? Komm, Ghanuville. Er muss nur die Schnute auspacken. Ah, wieder ein Weibchen. Was ist hier los? Haben die immer Bedroher? Ich glaube schon, ne? Anubis, dankeschön für 100 Bits. Danke, Anubis, für 100 Bits. Becken war 2 schon 12 Jahre her. Ja, aber du könntest mir ja glauben. Ich glaube euch doch auch immer alles, was ihr sagt. Ich glaube euch nur nicht, dass ihr mich lieb habt. Das glaube ich euch nicht. Leo, glaubt niemals Leute im Internet. Auch Leo, warum glaubst du mir nicht? Ja. Ich sag doch, du sollst mir glauben, wenn ich recht habe. Hochmut kannst du auch haben. Aber das hier hat keinen Bedroher anscheinend. Nein, nicht wahr. Nein, nein. Jetzt hab ich nicht auf. Jetzt hab ich nicht auf. Warum passiert mir das so häufig? Ich suche nach etwas und dann kommt's und dann lese ich eine dumme Nachricht. Und dann mache ich das einzige Ding, was ich seit 15 Minuten suche, töte ich es. Ach Leo, ach Leo, ach Leo, ach Leo. Ach Leo, du bist schuld. Es kommt noch mal eins. Männchen. Es ist immer so, Weibchen. Retro wünscht mir auch noch Pech und verschämt hinfort mit dir. Entschuldigung, was bin ich? Sehr nett. Wie war das eigentlich mit Schambolzen? Was meinst du? Wie wir gerade gesagt haben, vor einer Minute, Schambolzen ist auf Route 5. Ich bin auf Route 4. Ich komm nicht auf Route 5. Tiger, Sohn des Windes. Hallo. Warte mal, ich seh schon wieder den YouTube-Chat nicht. Warum verschwindet der dauernd? Er teilt das bestimmt später im Video. Nee, das ist... Das ist zu peinlich. Ich finde es so traurig, was aus Twitch geworden ist. Gefühlt OnlyFans so viele komische Streams mit komischen Kameraperspektiven. Warum guckst du die denn? Guck die doch nicht. Ich finde auch komisch, was aus Twitch geworden ist. Über Leute, die Helldiveys 2 spielen. So ein Schrottspiel und alles Spielendes. Alles dumme Menschen. Das sage ich doch auch nicht, weil ich gucke einfach kein Helldiveys 2. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Was interessiert dich, wie smarte Leute Twitch ausnutzen? Männchen! Ah, was ist hier los? Die Frauen übernehmen die Welt. Zumindest... Wunowa. Heute gibt es noch einen Shiny zu gewinnen. Ja eben, ich muss aufhören. Wir müssen noch einen Shiny verlosen. Die Männchen haben Angst, du killst hier ja immer. Eins. Die Frauen sollen Angst haben vor mir. Habt Angst! Weibliche Krokodile. Habe durch dich angefangen, auch eine Origin Living Decks zu machen. Habe, bevor ich deine Videos gesehen habe, keine Ahnung, dass es sowas gibt. Ich meine, es ist aus unseren Kopfen frei erfunden. Origin Decks. Du kannst auch andere Sachen erfinden. Wie wäre es mit dem... No Decks. The Impossible Decks. Ein Pokédex, in dem du versuchst, jedes Pokémon nicht zu fangen. In dem du keine hunderte von Euro ausgibst. Warum war das ein Volltreffer? Ich will den fangen! Oh mein Gott, jetzt haben wir das Problem, dass ich zu stark bin. Oh, muss beim Origin Decks alles männlich sein? Weil das meine Regel ist. Ihr wisst schon, ich habe den Origin Decks nicht erfunden. Den gibt es schon... Das haben Leute... Ich weiß nicht, niemand hat das erfunden. Das ist... Keine Ahnung. Vielleicht kann man es zurückführen, wer das allererste Mal den Begriff benutzt hat. Und... Das Krikot-Reveal, dass du weitergehst und Pikachu holst. Ich kann nicht weitergehen! Aber ja, ich kann weiter spielen und dann weitergehen. Lass mich Evo selber noch auf Level 30 machen. Das kann doch gar nicht sein. Ich gucke, Garnovil ist 50-50, oder? Natürlich ist Garnovil 50-50. Ich habe hier 99 Prozent. Wie lange bist du schon dran für den Decks? Weiß ich nicht. Ein Jahr. Das kann man nicht messen, weil ich das ja nicht nur das mache. In Origin, Un-Origin Decks. Man darf es nicht dort fangen, wo es zuerst vorkam. Genau. Aber freut mich, dass ich dich inspiriert habe. Ich habe mich nicht drüber lustig gemacht. Wo bist du? Wo hast du das geschrieben? Du hast keine Ahnung, dass es sowas gibt. Genau. Ich meine, das ist einfach etwas, was wir uns ausgedacht haben. Oder irgendjemand irgendwann mal. Im Endeffekt ist das ja nichts anderes als Spiel. Jedes Spiel macht den Pokédex voll. Ist ja nichts anderes. Es ist halt nur ein Name dafür. Die ultimative Decks Living Shiny Gen 1-9 Decks. Unmöglich. Man braucht nichts machen, was unmöglich ist. Ich bin schon Level 30. Okay, dann gehen wir. Dann gehen wir hier weg. Heute haben wir echt wenig geschafft. Dieses Spiel macht mich fertig. Es ist kein leichtes Spiel. Und in Verbindung bin ich auch noch kein guter Kämpfer im Pokémon. Deswegen wird das hier lange dauern, bis ich das Spiel durchhabe. Und dann muss ich weiß noch durchspielen. Das wird ein langes Unterfangen. Aber es macht Spaß. Ich mag das Spiel. Also schwerer als gedacht. Du hängst ewig. Ewig hing ich nicht an der Arena. Ich habe sie viermal probiert. Ewig. Viermal. Die gehen mehr aus dem Weg, alle. Das hätte jemand von euch mal sagen sollen. Wie oft gestern? Ne, das habe ich mit eingerechnet. Gestern zweimal und heute zweimal. Hattest du auch Endspokémon? Ich weiß noch nicht, was das ist. Ich habe das noch nicht durchgespielt, das Spiel. Wir haben zehn Schweizer Franken gekriegt von Lemuris. Dankeschön. Dankeschön. Ernsthaft? Krass. Zehn CHF. Dankeschön. Dankeschön. So, wir verlosen jetzt ein Shiny Pokémon. Ich muss jetzt einkaufen gehen. Aber davor verlosen wir das noch schnell. Bitte macht nur mit, wenn ihr auf der Switch online habt. Wenn ihr Pokémon empfangen könnt. Ich verlose eins von meinen doppelten Shinies. Weil wir heute das Daily Subkull erreicht haben. Bei weitem. Holy moly. Und das Giveaway startet. Äh, wo ist es? Da. Jetzt. Ihr müsst nur Ausrufezeichen Giveaway machen. Dann kommt ihr in den Pot. Jeder hat die gleichen Chancen. Aktualisieren. Okay. Jeder hat die gleichen Chancen. Einfach mitmachen. Macht nur mit, wenn ihr auch wirklich das Pokémon empfangen könnt. Jetzt. Und seid auch jetzt da. Geht nicht weg, nachdem ihr Giveaway eingegeben habt. Paschal. Äh, was? Was? Der aktuelle Backup und Downloadstatus seiner Speicherdaten wird hier angezeigt. Um weitere Informationen zu erhalten, öffnen im Home-Menü. Home hat kein Backup, was? Okay. Das war komisch. Bisher machen 19 Leute mit. Umso mehr mitmachen, desto weniger ist die Chance, dass ihr gewinnt. Hahaha. Wir haben keine Pokémon Go Shinies mehr. Ähm, hier sind die Shinies, die, aus denen ihr euch eines aussuchen könnt. Und ich drücke gleich drauf, Ausrufezeichen Giveaway, um mitzumachen. Aber bei Ausrufezeichen Daily ist auch nochmal ein Bild von all denen, die ich verschenke. Ich kann euch eins aussuchen, wir können euch gucken, welches Wesen es hat oder von wem es tatsächlich ist. Welche OT und sowas. Aber ja, das sind alle Doppelten, die ich nicht brauche. Nicht die Bibios. Hier ist Schluss. Okay, wir sind bei 19 Leuten. Ich drücke drauf. 3, 2, 1. Ihr seht, ob ihr richtig steht. Jetzt. Zotmonte. Zotmonte. Du. Bist. Der unglaublich glückliche Gewinner. Ich glaube, du springst gerade in deinem Raum rum und denkst dir nur, oh mein Gott, ja. Ja. Welches hättest du gerne? Beziehungsweise kannst du überhaupt jetzt wirklich tauschen? Naja, du brauchst, du brauchst das Spiel, wo das Pokémon vorkommt. Sonst können wir es dir nicht geben. Aber mit Pokémon Home kann man immer tauschen irgendwie. Wenn er da wäre, natürlich ist er da. Oder? Da. Ich hab noch nie gewonnen. Ja. Welches Shiny willst du? Siehst du etwas, was dir gefällt? Wie wär's mit einem, einem Lektroball oder einem Patinaraja von nicht mir? Oder einem Flamiau. Oder einem O-Mod von Happens. Oder einem Bummels. Oder einem LSD. Oder ein Tromborg. Oder einem Paragoni. Oder du nimmst Wuffels. Lass mich gucken. Wo ist Wuffels? Ich hab doch mehrere, oder? Ich find's nicht. Blauer Hund. Blauer Hund. Wo ist blauer Hund? Da. Zwei Wuffels. Wir haben eins von mir. Ich heiß Lea. Blaues Tauchball Wuffels. Mäßig. Und ein kühnes Wuffels. Beide mit der Fähigkeit Munterkeit. Das heißt, das ist sogar das besondere Wuffels, das man zu Linksbombs Wuffels machen kann. Welches Spiel? Das geht, glaube ich, in Schwert und Schild und Kamesin und Popo. Meine Switch ist leer. Dann schließt sie an. Hä? Ich dachte früher immer, dass LSD so geschrieben wird. LSD. Warum sollte man es nicht LSD schreiben? Oh, das ist Munterkeit. Stimmt. Gleichmut, Munterkeit. Die klingen so ähnlich, ey. Die Fähigkeit wurde umbenannt, aber es ist Gleichmut. Es ist nicht das besondere Wuffels, meine ich. Du schenkst es Ferret. Erlauben wir sowas? Erlauben wir etwas? Erlauben wir, dass der... Dass der Gewinner es jemand anderem schenken kann? Ich bin verwirrt. Warum kannst du deine Switch nicht einfach andocken? Die ist doch sofort benutzbar dann. No, wir erlauben es nicht. Wenn Ferret hat gesagt, oh nein, ich habe es verpasst. Ferret hat noch nicht mal mitgemacht beim Giveaway. Ich meine, wenn Ferret klug ist, macht Ferret schnell Ausruhzeichen Giveaway. Das wird jetzt einfach gelöscht. Warum nicht? Weil du es gewonnen hast und nicht Ferret. Nein, behalte es selber, du hast es dir verdient. Ich? Also, Zotmonte, wenn du jetzt gerade nicht tauschen kannst, dann drücke ich nochmal drauf. Kannst du sicher jetzt gerade nicht tauschen. Das ist so ein schönes Wuffels. Mit deinem Namen. 21 Leute machen mit. Drücken nochmal drauf. Wir drücken nochmal drauf. 3, 2, 1. Der oder die Gewinnerin ist Anubis. Anubis hat vorhin gesagt, du bist nicht zu Hause. Anubis. Bist du zu Hause? Warum? Warum? Seid ihr so? Anubis. Sei ehrlich. Kannst du jetzt gerade ein Shiny Pokémon empfangen? Hört auf, GG zu schreiben. Anubis hat selber vorhin gesagt, ich kann nicht mitmachen, ich bin nicht zu Hause. Mach dann trotzdem mit. Bin bald zu Hause in 5 Minuten. Nein. Der nächste Gewinner ist Tony. Tony. Sag mir, dass du jetzt Zeit hast, deine Switch aufgeladen bist, du zu Hause bist. Tony, enttäusch mich dich. Tony, komm schon. Tony hat kein Zuhause. Tony, Tony. Jupp. Tony, was hättest du gerne? Tony, Tony. Was ist dein Lieblings-Shiny? Ein Knacklion. Ein Finneon. Alle mit E.ON. Teddy Ursa. Von Fast Guy. Ein Larvita. Mal schauen. Ich glaube nicht, dass das von mir ist. Aber das muss dich ja nicht stören. Wo ist Larvita? Ähm. Alter. Das ist schwer zu finden. Larv. Larv. Da. Larvita, das ist von Happens. Stört dich das? Das ist nicht von mir. Ja. Aber zu Reff dann? Nein. Beim nächsten Mal? Nein. Du darfst nie wieder mitmachen. Hallo, Mariko. Tony, willst du das? Das ist von Happens. Im Finsterball. Du kannst auch was anderes nehmen. Ich sag's dir nur. Dann ein anderes bitte. Welches? Sätze schreiben. Welches? Wir sind hier auf Zeit. Wenn es länger als 5 Minuten dauert, dann hätte ich auch auf Anubis warten können. Irgendein Vivior. Du kriegst kein Vivior. Die Viviors zählen nicht dazu, wie ich gesagt habe und wie sie nicht auf dem Bild sind. So was sorgt dafür, dass ich aufhöre mit diesem Giveaway, weil es einfach so anstrengend ist. Ich habe einen kurzen, ich habe eine kurze, äh, kurze Zündfaden. Du kriegst kein Vivior. Luxio. Okay. Sicher. Du musst dich jetzt nicht unter Druck gesetzt fühlen, nachdem ich geschrieben habe. Ich will wirklich, dass du eins kriegst, was du auch gerne hättest. Luxio ist von mir, ja. Aber es wäre logischer, wenn ich dir Schein-Nux gebe, weil Schein-Nux kannst du auch zu Luxio machen. Und die, die, diese Schein-Nux ist sogar mit der OT Leo, aber es ist weiblich. Was hättest du gerne? Ich bin drauf und dran, 100 Euro zu spenden, damit das hier ein Ende hat. Auf jeden Fall Luxio. Okay, dann Luxio von Lea. Männlich oder weiblich? Ernst, naiv, mutig. Das eine ist aus Kapu, die anderen beiden sind aus Legends Arceus. Männlich? Okay, also das hier. Bitte sag, dass du Kamesin und Purpur hast und willst du den Kamesin und Purpur tauschen? In schwarz und weiß bitte tauschen. Kannst du... Kannst du den Kamesin und Purpur tauschen? Ich habe Purpur. Und du hast natürlich auch Nintendo Online, um tauschen zu können. Okay, warte, ich bin wieder da, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Wer hat mein Gesicht zu dem schreienden Mann? Ich habe Online. Ich habe Online. Hört auf. Warum ist die Kamera so tief? Die Kamera ist viel zu tief. Die Kamera ist, glaube ich... Ah, ich habe so krass auf den Tisch geschlagen, dass die Kamera runter ist. Ah, deswegen. Deswegen. Trollen wäre ja okay. Das war Wundertausch. Ich sehe die Kamera nicht. Tony. 69692424. Ich vertraue. Ich glaube an dich. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Tony. Da steht Tony. Tony, bist du das? Ich glaube, das bist du, Tony, oder? Vielleicht hat jemand gerade einen Account gemacht und sich Tony genannt. Ganz schnell. Und kurz das Tutorial von einer halben Stunde durchgespielt. Wird schon stimmen, oder? Tony. We did it. Glumanda. Danke für das Glumanda. Vielleicht habe ich Tony ein bisschen unter Druck gesetzt mit dem Luxio. Aber ich hoffe, Tony, du wolltest wirklich das Luxio. Ich meine, du wolltest kein Scheinux. Das heißt, du magst Luxio sehr. Scheiß auf Scheinux. Ich will Luxio. Was steht auf dem Speiseplan? Wir müssen erst mal einkaufen gehen. Keine Ahnung. Wir haben nichts. Das ging ja schnell. Das ist ja einfach. Mit euch. Hungrig einkaufen. Er ist immer ein bisschen gefährlich. Ich weiß. Jetzt noch? Es ist hier 10 nach 7 und die... Alles hat bis 21 Uhr offen. Und manches auch bis 24 Uhr. Wütend einkaufen? Ich bin doch nicht wütend. Ich reg mich doch nur künstlich auf. Das war der glücklichste Moment in deinem Leben. Deine Messlatte ist nicht so hoch, oder? Es freut mich. Ich hoffe, dass Scheinux-Dings-Luxio der Livestream war cool. Cringe. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haben wir noch jemanden, den wir schnell raiden können? Irgendjemanden, der da ist, schnell. Jemand hat jemanden... Jemanden... Irgendwo... Irgendwo... Ruhe. Ruhe Vergangenheits-Lego. Irgendjemanden, den wir kennen, schnell. Karpfe Diem ist da. Karpfe Diem. Knallhart. Der Karpfe. Nur Gameplay. Äh, äh, Raiden. Der Karpfen. Leute, vielen Dank fürs Dasein. Nehmt nicht so ernst, was blöde Streamer sagen wie ich. Äh, ihr seid alle ganz toll. Und ich habe euch alle ganz toll lieb. Ähm, und wir sind natürlich alle beste Freunde. Und vor allem. Mir fällt nichts Dummeres ein. Danke für die ganzen Subs heute. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Auch auf YouTube. Krass, krass, krass. Danke euch. Und... Tschüss. Glückwunsch. Und... Musik.